So, damit Willkommen zurück. Seid gegrüßt. Wir spielen heute Tenetinas Wunderland weiter. So schaut's aus. No D7 to open, what's dabei? Weiß man nicht. So. So. Sinn für einen Titelbildschirm. Du bist schon mitten im Spiel, Modi? Ich bin schon mitten im Spiel. Sehr schön. Lädst du mich für deinen oder lad ich dich ein? Wir benutzen deinen Spielstand weiter. Ah ja. Ich hab auch schon die Dice Locations für das nächste Ding. Können wir dann die gleich mitnehmen. Ja, wir sind beim letzten Mal schon ziemlich durchgewascht hier. Das Spiel ist auch nicht so sonderlich lang. Die langen Gebiete kommen jetzt erst noch, wenn wir das richtige Spiel haben. Ja, wir müssen doch jetzt nicht... Das war mir gestern... Nicht gestern. Letzte Woche. Es ging irgendwie so eins nach dem anderen. Aber okay. Es war so... Eine reine Stadt. Mit der Königin spricht und weiter geht's. Wir sind noch im Prolog. Aha. Das ist ein extremes Tempo gewesen. Ja, und jetzt machen wir mit dem gleichen Tempo weiter und dann können wir mit Zeitquests anfangen. Ah ja. Die Zeitquests sind ja... Das Spannende. Sie sind besser hier. Sie sind besser hier. Sehr viel besser. Sie sind besser hier. Jetzt was? Sie sind von den anderen Spielen, die wir schon hatten, wo sie echt nervig waren. Ach du. Einige... Sie sind von den 3-1-Hopgans. Okay. Manche. Ach ja. Ich habe geschockt gar nicht. Ich erinnere mich. Ach ja. Unser Auftragsgeber ist Jars Stolen. Das Seelenschwert wird hier gelagert, falls sich die Böden in den aus den Gräbern erheben und für immer absorbiert werden müssen. Was für den... Warum hat sie nicht einfach die Seele des Dragonlords absorbiert und es beendet? SFX Pferdegeräusche. Weil, äh... Keine Ahnung. Er ist zwar böse, aber nicht so böse. Wollt ihr etwa nicht gegen einen Bösewicht kämpfen? Huh, Fred? Ganz genau, Fred. Klappe. Ach, du bist schon am Waffenautomat. Äh, ja klar. Ein bisschen Waffen verknüpfen. Und was ist das für ein Automat? Ist das ein Skin-Automaten oder? Ne, das ist... Plötzlich hat gesagt, dass hier irgendwo ein Skin-Automaten gibt, aber... Den gibt es... Den schalten wir dann frei, wenn wir die Quest durch haben. Mein Spiel ist, glaube ich, abgestürzt. Das wäre nicht gut. Ja, mein Spiel ist abgestürzt. Nein, doch nicht. Okay. Und start mal neu. Alles gut. Ich kriege 121er und 110er Waffe. Mal schauen, ob ich hier noch was kaufen kann. Der Sturm steigt auf. Hey, ihr kleinen Schnuckelchen. Ups. Du hast es auf das Seelenschwert abgesehen, oder? Du hast schon die Story weitergemacht. Ich habe mich einen Millimeter zu weit bewegt, ja. Ja, ich verkaufe ihn noch. Ja, ich nehme noch die Würfel mit, ne? Die wir hier haben. Ja. Ach, mach du mal. Ach, mach du mal. Hey, die wird uns doch nur hinhalten. Cheese ins Gesicht. Immer wieder. Gibt es hier gute Automaten? Ähm. 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 Im Waffen. Du benutzt sie nur zum Verkaufen. Du kriegst bessere Sachen, wenn ich rauskomme. Gut zu sein ist einfach nur dämlich und naiv. Gefällt doch auch! Du kannst natürlich auch wie ein Blödi an dir rumstehen und mir zuhören, während die Armee die wird seit mir eine Waffe verkauft. Vermutlich. Wie viele Leute wären wohl genau jetzt zu Skeletten? Passiert schnell, die sind nur mit dem kleinen Haken markiert. Das ist mir auch schon passiert. Zu wenig denn? Drei. Hundert. Ja. Ja. Schon besser. Egal. Was ich sagen will ist, Du bist ein Vollposten und der Dragonlord ist der beste Bösewicht der ganzen Welt. Die Schnuckelchen kamen den ganzen weiten Weg und kommen nicht einmal durch das Tor. Ah ja. Wupf. Ich mach die Ehre. Toten Weibs. Wupf. Ich mach die Ehre. Das funktioniert bei mir nicht, Trottel. Ich sagte doch mit Wimpelsitz ergreifend. Der Körper war eh kacke. Ich hol mir ein besseres. Hast du gehört, was sie über mich gesagt hat? Nicht so böse. Netter Versuch. Aber sie kann mich nicht im Nachhinein zum Antagonisten aller ihrer Kampagnen schicken. War das nochmal die Weitesteuerung? Das war der Fernkampf. Der Stümper wollte meinen Job übernehmen. Aber hübsch war er. Ah ok. So mach ich den Angriff hier. Sehr schön. Todesfeuer. Es ist echt gekämpft. Da hab ich geschaut. Zaubersperrfeuer. Neid. Önstatt wir alle. Wieso nicht? Sei verflut. Sei auf Leben verflut. Sei auf Leben verflut. Genies die Auszeit. ich habe das gefühl entweder sind die waffen anders oder wir haben sich andere waffen hier oder man muss ein bisschen genauer sie sind deutlich schwächer ich würde auch sagen muss genauer zielen und was zu kriegen vielleicht uns deutlich schwächer obwohl wir haben erst gründe waffen und dann mal die goldenen waffen wie kriegt man äußerst selten tatsächlich also wir müssen die würfel alle mitnehmen ansonsten wird das nicht und dachtest du ja schon drauf die meisten kenne ich auch noch zu müssen in dem gebiet und im zweiten hast du hier schon gefahren zu verstehen ich habe ich habe eine waffe gefahren und die war super nervig das mache ich erstmal werde ich das nicht weitermachen weil es nur nervig wird und man muss sehr viel genauer zielen tatsache ich kriege die neue skin teile ja im moment noch sehr häufig ähm das wird weniger ich habe meine maus glaube ich auch noch auf meine zeicheneinstellung ja jetzt bin ich viel schneller und besser das war's für dich ja die kisten sind alle bedauungslos Die Kisten waren schon immer bedeutungslos. Achja, meine Fähigkeit ist so fucking schwach. Holy shit. Dann muss eine andere Fähigkeit losnehmen. Äh, ich hab aktuell nur die. Wir müssen noch ein Level abmachen und dann kann ich endlich die gute benutzen. Ich mein, guck mal, ich kann tolle... Ich mach nochmal Nahkampf. Ich weiß nicht, ich hab's mir auf die Zurückkaste gelegt. Ich weiß nicht, wo du's hast. Ja, auf V. Uh. Lila Waffe. Und das Lila Waffe. So ein Mist. Kriegt nur Beiße. Uh. Stark. Äh, Moment. Ich weiß nicht, ob hier noch ein Würfel war. Ich glaube, da unten unter der Brücke war was. Ich bin nicht irre. Nein, nur eine Kiste. Gut, das heißt, jetzt brauch ich den Guide. Ich weiß nicht, dass irgendwo hier in dem gibt ich noch was wahr. Dumm nach Steve, der Guide. Let's play. Die Würfel nehmen wir auf jeden Fall alle mit. Alles andere wäre dumm. Der Brücke in dem Grab da oben. Okay, ja, das war's. Das war nervig zu finden. Ich hab vorhin den Laut gefunden. Hier. Uh, der Glücksfaktor steigt. Uh, 18 gewürfelt, nice. 3 von 12. Ja. Haben die Würfel sonst noch irgendwelche Relevanz im Spiel? Was hat die... Ja, die verbessern deine Lootchance tatsächlich. Und zwar sehr, sehr stark. Aber Würfeln muss man nicht im Spiel, oder? Nö. Oh, was? Ich mein, die Würfel werden automatisch gewürfelt, wenn du sie aufmachst. Und wenn du nur 20 Würfel kriegst, kriegst du halt was cooles. Ein wenig Grabräuberei, ja? Ich wusste, du bist nicht komplett langweilig. Trotzdem werde ich dir das Schwert wegschnappen. Lernen wir uns mehr kennen. Gute Zauberbücher. Einen gemütlichen Ruin-Or, wie deinem Gras. Und dann glaube ich hier, glaube ich hier... Masse Magie, Sperrfeuer des Lichts und 122 Schaden. Das Zauber. Denk dran, die Zauber zu benutzen. Mit F. Rakete am Morgen bringt Kummer und Sagen. Ich treffe bloß da... Nee. Zaubern. Äh, die meisten haben Flächenschaden. Ich muss das jetzt sofort wieder nutzen. Ich hoffe, die sind nicht geil hier gerade. Und du hast ne Lieder, ne? Ja, aber die hat einen richtig krassen Verzug. Du kannst damit nicht ordentlich schießen. Ohne komplett gegenhalten zu müssen. So, ich nehme kurz den Rücken, der nicht noch weiß da oben. Ich bin nicht überladet. da drin, wenn ich nicht spiele. Im Zweifel ist es verpackt. Ich kann gar keinen Scheiß. Wie bleibt mein eigener... Ja, weil du gerade angegriffen wirst und wahrscheinlich festgehalten bin ich bin. Die würden die Färze bringen. Ich werde nicht da unten stehen. Mach den Dosen weiter. Ja, die Waffen sind auch scheiße. Die sind einfach von Bordermanns das Besseres gewünscht. Oh, die Sterbefahrer. Die wollten ja beide nicht so irgendwas voll gern. Ah, da unten. Die geben übrigens auch immer Loot für dich. Also du kannst gerne immer vorbeikommen. Wenn du was brauchst. Ja, ich versuche hier nur gerade mal nicht zu sterben. Das sind nebenbei immer... Wird überschätzt. Und Loot kriegst du sowieso nicht. Das ist wieder wie in Bronnerlands. Und das tut den ganzen... Da kriegt man generell keinen Loot. Du kriegst den ganzen guten Loot. Du kriegst gerade violette Waffen und so. Ich kriege nur meins. Das liegt nur daran, weil ich halt weiß, wo die Dinger zu finden sind. Ich nehme es hier noch und in der Stadt weiß ich das auch nicht. Das ist der Zom-Boss. Das wird niemals langweilig. Ich habe gehört, er hat einen Youtube-Kanal. Macht immer so Let's Plays mit dem Zylinder. Ja. Er legt zu den großen Ruinen auf dem Hüse. Kommt und holen wir euch Jungs! Er hat ein Zombie nicht wirklich mal einen Charakter, den er... so evil-zombie irgendwie... den er zum Boss gemacht hat. Ja, deshalb finde ich auch den Namen von dem Boss so unfassbar lustig. Ja. Das ist komplett unintentional, aber es ist trotzdem sehr passend. Wenigstes vernünftige Skins kriege ich hier. Wenn schon nicht Waffen. Ja, Skins kriegt man am Anfang sehr viele. Die solltest du immer mal wieder lernen und ansonsten hast du gleich Doppelte. Nur so gerade bei einem kleinen Dauteil. Königin Abbau, kommt mit Ihren! Königin Abbau, kommt mit Ihren! Königin Abbau, kommt mit Ihren! Schon kapiert! Die Mächte des Guten haben auch coole Magie. Wow! ... das war jetzt schon circa mal ein wenig... So war's in dervable Seite mit. Moment. Mehr Glück für dich, Mama Citta! Eine gute Waffen nicht inzwischen, Thirma. Wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, die Würfel nehmen die Menschen mit. 35 mal zwei. Ein Z της von dem ... muss ich die aktiv mitnehmen oder die müsstest du durch mich auch mit kriegen ansonsten kommt jetzt einmal kurz zu mir hier rüber ich habe keine ahnung wo du bist aber egal ja komm mal guck einfach auf die karte guck einfach auf die karte ist schon weiter vorne oder was ja ein stück weil wie gesagt ich kenne diesen teil der med noch hier drüben ja ich bin unterwegs hast du hier noch was für keinen würfel mehr schweben alles klar gut dann müssen sie mitnehmen dann wird es mitgenommen für dich schaden ja das passiert öfter mal um ein schaden wie es gut ist ja hier ist das nächste für dich wir sind und 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 ich habe eine goldene skin binance bekommen immerhin die schatten pack ich habe einen wertvollen schatten bekommen wichtig ich muss mal weiter verkaufen weil mein inventar voll ist immer wir kriegen hier auf jeden fall automaten oh shit ich krieg die gegner gar nicht mein kleiner süßer seelenverschlinger was ist denn das für scheiße hier warum machen meine waffen schaden ich muss mal ein bisschen skillen macht das und doch stärker den habe ich vermutlich den habe ich auf jeden fall den habe ich auf jeden fall den haben genommen den haben wir mitgenommen ich achte das war der internet ist okay gut ich hatte ein skil für den drachen hast du schicksalsbringerin schleudern über herbeigerufenen hammer und fliegen an feinden die dessen haben wir auf die mitte schon bis zu 7 ja gut aus da ich noch nicht dann glaube ich auch irgendwas für bessere ip oder so ich glaube ich sollte man die ich glaube ich sollte man die das macht zwar weniger schaden aber es glaube ich besser die du die skills sind nur freigeschaltet das ändert nichts an der stärke kannst du das eine oder auf das andere gehen je nachdem wie du möchtest okay was kann ich dann ja das ist schon nicht schlecht kann man haben wir jetzt irgendwo hinwerfen und der macht für eine weile lang blitzschaden in einem radios der machte sondern alle die dort in dem radio stehen kindern schaden liegt da eine weile lang um der stadt der haben wir uns macht der hinlaufen schaden ja da kommt es nur noch so schlecht damit wir weitermachen können manche immer wenn es viel zu bekommen ja ich glaube ich niemals wussten lieber das hier ich will lieber aufhauen wo bist du oben oben ich bin weitergegangen ich dachte es geht hier unten weiter nein ich will halt nicht das ganze early game alleine spielen tust doch sowieso heißt nicht dass ich das will ich nehme nur die wirft mit du kannst gern schon weiter gehen hier bin ich geld immer schnell das geld mitnehmen das ist wichtig ja um die waffen zu kaufen als kindes das ist mir wichtig getrunken oh da war ein gegner drin mimik ja sorry imitator das ist halt copyright und so weiter nein mimik sind nicht copyright wir müssen laut am altar draußen vorlesen hm mein albtraum lesen laut lesen ja fühle ich sehr man bereitet immer texte vor und dann traut man sich nicht sie vorzulesen das trifft schlecht auf dich zu ja das trifft immer noch auf mich zu vor allem vergesse ich immer wo ich die texte gespeichert habe und dann muss ich improvisieren weil ich die in meinen datenmüll verloren habe machst du immer noch den final sachen vorzubereiten ich bereite sehr viel vor apropos ich dürfte eigentlich heute nicht mehr mit dir hier streamen ich muss so scheiß viel zeug vorbereiten ich brauche noch charakterbilder ich muss noch ein intro schneiden und generieren lassen ich muss noch ich muss noch das und das machen ich hab morgen zwei runden die in die du sagst das sind die in die runden du musst du ja ja nix vorbereiten das ist da ne für die spiele ich aber das sind ja wieder zeit mit ich muss für die auch müssen noch gott sei dank wenig vorbereiten aber wie gesagt die horde streams müssten halt irgendwie auch mal vorbereitet werden ich schaff's doch schon weil ich weiß jetzt mittlerweile dass die gruppe sehr auf karten fixiert ist was den weib vom original trifft aber für mich sehr nervig ist schaffst du schon noch hier gibt's waffen renn doch nicht immer vor der kunde noch mal ein bisschen kann ich nix mehr aufheben die schenzen steigen Wie viele haben wir? Was wie viele haben wir? Was? Ich hab dem gefallen getan, glaub mir! Keine Ahnung. Wir haben nicht drauf geachtet. Das war dein Job. Elf von zwölf, gut, das heißt ich hab den einen vergessen, sonst kann ich nochmal zurück. Ich glaub das waren zwölf. Ja, aber das ist gerade so. Da braucht man einmal selbstgemachten Ketchup Wein. Selbstgemachte Ketchup, oder? Man kann aus Ketchup Wein machen, das ist überall klar. Ich verfolge einen YouTuber, der auf verschiedenen Scheiben Wein macht. Wer will sowas? Keine Ahnung, aber Dr. Pepper scheint gut zu funktionieren. Oh Gott, macht die Waffe wenig Scheine. Ja, so, ich guck mal jetzt kurz, ob wir hier noch einen Waffe haben. Oder ob wir hier noch einen Waffe haben. Äh, ja, tatsächlich gibt's noch einen. Gut. Das ist ein Inventarsfall. Äh, ach da oben war's, okay. Gut, ich weiß wo, du kannst schon mal in den Boss machen. Au. Du bist lustig. Zu schaden, dass du und deine blöde Königin sterben werden, sobald der Dragon Lord das Schwert hat. Ach, zum Boss. Naja, hier kannst du die gern fertig machen. Hier kann nichts. Du nimmst fleißig deine Proteine, oder? So, eine Tafoll, Würfel mitgenommen. Jetzt können wir unser Spiel konzentrieren. Ich nehme die Krippe mit. Gut, kann ich die nicht kaufen. Zu wenig Geld wahrscheinlich. Ach, Automaten gibt's. Sehr schön, ich brauche noch das Zauberbuch. Gleich mal die Schmelze anwerfen. Ich schmelze das Zauberkomponenten ein. Ich nehme dir etwas Last ab. Ich danke dir. Ich schmelze das in Zauberkomponenten ein. Das wird so nützlich sein. Nimm dieses Geld sofort. Aber Karte, keine Rücknahme. Meines. Noch was für meine Schrottsammlung. Ich glaube, ich habe schon wieder eine Waffe hoch. Lass mich mal sehen. Ich glaube auch. Ach, was für eine Schönheit. Ja, gib rüber. Du weißt nicht, was wir haben. Ja, das ist endlich einfach ein guter Zauber. Wo hast du das denn gefunden? Mit dieser Projektil-Scheiße. Ja, natürlich habe ich meine Main-Waffe verkauft. Du kannst die zurückkaufen. Die Klinge sieht ein bisschen stumpf aus. Die Klinge sieht ein bisschen stumpf aus. Die sind künstlich scharig. Bereit volle Reise. Die besten Rüstungen im Ganzen. Wo gibt es hier? Wo gibt es hier die Autos? Die Zauberbücher. Du wirst dich der dunkelsten aller Magien zu stellen. Dem Kapitalismus. Würde man auch sehen. Allerdings habe ich gerade das angebotene Ding gekauft. Also, gehen wir rein. Ich bin schon dran. Entschuldige mich kurz, während ich mir was Tödeligeres überziehe. Du kriegst das Sehenschwert nie schnöckel gern. Ist das Sehenschwert wenigstens was Gutes, oder? Das ist der Haupt-Slot-Point. Oder soll ich wissen, ob das was Gutes ist? Können wir die ausrüsten? Nein. Das ist nicht das Gewalt. Schade. Das ist wie bei den Dragon Balls. Sind die Dragon Balls eigentlich was Gutes? Keine Ahnung. Ich finde es noch am Ende schön. Tschüss. Ich bin mal zu am weg, sonst sind wir auch am sterben. Ah, da sind genug Minions, die du jetzt mal kannst. Ne, ich sterb mal. Ja, ich bin tot. Ich hab drei Leben. Ich hab drei Leben. Bist du respawned endlich? Ja. Ich bin tot. In welchem. Im Lade-Screen ist länger. Alter, willst du mich verarschen? Ich mein, gut, ich bin wieder full-life, aber voll Sinn. Was sollst du den Boss machen? Der Boss nur sterben. Der Boss ist fast tot. Was? Ich finde dich irgendwie im Fertifisch. Der Boss ist tot. Sehr schön. Das ist übrigens der einzige Boss, den man nicht wiederholen kann und der auch keine Special-Items braucht. Ihre königliche Schönheit ist von eure Mut und eurer totalen Weltesserigkeit beeindruckt. Sie gewährt euch Zugang zur Heiligen Kammer, in der das Zell entspärt mich. Und bitte keine Heilige Kammer. Kommt aus der Borderlands Welt, was glaubst du? Ich hab einen Zugriff auf die Heilige Kammer bekommen. Ja, mein Pilzgefährte furzt jetzt hin und wieder. Entschuldigung. Ich nehm's mal mit. Awww! Schön bin ich, Schnuppelchen! Allmächtiger Roboter-Polizist! Kriegt man diese Zombicke denn gar nicht tot? Ist der schon wieder da. Du kannst ja nicht mal richtig damit umgehen. Es muss mit Seelenenergie aufgeladen werden. Und sie gibt es nur von deiner geliebten Königin oder den Seelen von Lebenden. Mir fällt da spontan eine Seele ein, die absorbiert werden müsste. Was? Nein! Nicht so! Nein! 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 Das Seelenschwert scheppert aus dem Boden. In der Krasse. Schepper, 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 schepper. Jetzt müsst ihr das Schwert zurück nach Kraftbuch bringen. Oh, ich kann's wirklich nicht ausrüsten. So ein Mist. Nö, es ist ein Plotty-Weiß. Ah, zu, mit zwei drohen Regenberuf statt zu... Dings. Zurück zum Dings. Von Dings nach uns. Zumindest haben wir jetzt ein Gebiet auf 100%. Beziehungsweise jedes Gebiet aus der Stadt, wo wir schon waren. Schon. Stattportal, du kannst dir jetzt ja das Karten benutzen und dann über die Portale... Ja, okay. Probleutar. Als du das Schwert im Brunnen versetzt, strömt dein Wirbel aus Seelenenergie hinaus in die Stadt. Ich meine, die Stadt hat es wieder die Farbe gewichselt. Alle Brände sind gelöst. Die Häuser können wieder aufgebaut werden. Die Menge jubelt euch zu. Wir lieben dich, Schicksalsbringer. Ja! Danke! Ich jubel mich auf! Wir kennen es alle. Ich bin gerade mal bei der Schmiede. Die haben wir noch nicht freigeschaltet. Kleine Katapulte, die winzige Schwerter werfen. Ganz einfach. Ich schätze, die Hälfte der Luft, die ich atme, ist Eisen, wenn das nicht abhärtet. Nähere dich aufsteuern. Näherst du dich gerade aufsteuern? Nein, ich will jetzt nicht die ganzen Quests machen ohne dich. Ich dachte, wir können ja ein bisschen erkunden und... Mach einfach die Story weiter, es wird doch gleich gemacht. Okay, dann nähere ich mich mal. Ich muss erkennen, wann ein Spiel ein Tutorial ist und wann nicht. Das hat mich genial. Ja. Du hast die Statuen, von dir. Ah, ja. Ja. Toh, jetzt stehen die Statuen. Mhm. Das wird nicht von dir. Deshalb bin ich da nicht hingegangen. Ich möchte nicht diesen äußerst hässlichen Charakter hier verewigt haben. Jetzt dürfen wir zu schmieden. Oh. Wir sollen jetzt aber zu schmieden. Ja. Wie gesagt, dann schalte das Zeug frei. Wer ist da? Ich sehe nichts. Meine Augen sind voller Huß. Die Leute sagen, ich sei ein Held. Easy schickt mich. Oh, der Held von Prachthof. Ich habe noch nie einen Schicksalsbringer getroffen. Ach je, du brauchst eine bessere Aufrüstung. Also meine Waffen und Rüstungen sind per Exklusivvertrag mit der Krone für die Automaten bestimmt. Ich bin stolzer Bestandteil des vorindustriellen Militärapparates. Aber ich kann dir Erweiterungen für deine Tragekapazität verkaufen. Mehr Hügel, mehr Beute, mehr Spaß. Wir wissen, was passiert da haben wir nicht stimmt. Warum spielen die Hämmermusik? Wie ein neues Warenluster geht aufs Haus. Keine Ahnung, ich bin gleich tot. Hey, nicht wiederbeleben. Ich will wissen, ob es noch Achievement gibt vom Schmiedeofen getötet zu werden. Ach, hier können wir erst die Wurst kaufen. Ja. Es gibt kein Achievement vom Schmiedeofen getötet zu werden. Schade. Ich kaufe mal SDUs. Na ja, mach was. Ich kaufe alle. Du musst Inventar-Upgrades kaufen. Ah, gute Wahrheit. Während du dich hier in Prachthof umsiehst, solltest du unbedingt mit der reizenden Betreiberin der Limo-Taverne sprechen. Auf den Geld mehr. Sie heißt Izzy. Niemand zappt wie sie. Limo. Mein Inventar ist dabei zu groß. Auf in die Taverne. Ja. Es ist ein großes Verbrechen, dass das Spiel nicht in einer begonnen hat. Wo ist denn die Taverne? Hier. Hier. Wo ich bin. Die Schankwirtin winkt euch herbei. Auf eine Weise, wie es nur Schankwirtin tut. Hereinspaziert. Schankwirtin tut Schankwirtin Zeugs. Willkommen bei Izzy´s Spritzer, wo alle Flüssigkeiten ausführlich aus Limo bestehen. Ah ja. Verduchene Beute. Oh, wieder Waffe. Oder Buch. Keine Ahnung. Kann auch sein, dass du Rüstungen und Schilder und so weiter kriegst. Emote. Eyeliner Pack. Kopfzubehör. Schutz. Waffen habe ich keine bekommen. Auf eine 40 Schaden. Ich sag mal so, ich hatte noch verlorene Beute vom letzten Charakter hier drin. Ich habe jetzt einen Haufen Stufe 20 Zeug. Sehr schön. Den kann ich gut verkaufen, aber das bringt halt hier nichts. Ah, und hier kann man Sachen deportieren. Kannst du hier in den Trisor. Ja, ja. Kann ich, wie gesagt. Das braucht man aber jetzt nicht. Okay, und hier ist der Skin Automat. Exakt. Der ist wichtig für dich. Ich gehe zu Automaten und verkaufe. Komm wieder, wenn du ein Schluckkopf. Schnell wechseln und rüberspringen. Hallo, armes Wesen. Ich habe ein Koboldproblem. Mach dich auf zu meinem Bauernhof, wenn du Gewalt und Geld suchst. Komm zu mir in den Kräutergarten. Rasch. Komm schon mal, wie gesagt. Komm schon mal, wie gesagt. Das ist kein Problem. besonders viel neues habe ich nicht bekommen hat auch niemand überhaupt dass viel neues kriegst wie gesagt das meiste dürfte make-up oder rüstungsmuster sein was ich habe ziemlich viel eyeliner bekommen oder so ich guck mal ich habe eine neue narbe zum beispiel bekommen so so ich glaube ich kratzen ohne die leider nur mit dem dieser mit zur frisur ja Interessante. Ich habe mal ein bisschen mehr Fehlangutung in Notfarbe genommen. Ja, uh, ich kann abhängig von meiner Rüstungsmuster anscheinend meinen Pilzgefährten noch umfärben. Sieht scheiße aus. Moment. Rüstungsdiversion. Schicksalsbringer. Ich habe eine Überraschung für dich. Die Königin ist so beeindruckt von dir, dass du die Ritterwürde erhältst. Glückwunsch. Komm zum Zottelplatz. Nun dann. Wir haben Valentines albernen Questkram erledigt. Lasst uns jetzt die Gegend plündern. Ich will Beute machen. Was? Helden plündern nicht. Wir haben die Quest so gut wie beendet. Ich will wissen, was passiert. Natürlich willst du das. Helden plündern nicht. Also nur ein Pen & Paper und spielt. Er ist der, der für die intensiven Roleplayer steht. Die andere ist die, die normal alles umbringen will. Neue Farben habe ich bekommen. Neue Farben habe ich bekommen. gorter oder vertraut wurde. Giera Ich habe eine Krise-Rüstung. Ah du hast gearbeitet. Ich habe ein Krise-Effekt. Das sieht auch nicht schlecht aus. Gesichtsdekoration. Ich habe neue Tattoos, neue Narben, eine Tattoofarbe. Oh je. Ich habe ein Drachentatto. Oh je. Und die ganzen Eyeliner. Sieht davon irgendwie besonders aus. Nicht wirklich. Ich glaube, ich habe eben einen großen Fehler begangen. Hast du den Katto hübsch gemacht? Nein, ich habe mir heute aus Prinzip mal solche komischen Käseflips mit Carolina Reaper Gewürz gekauft. Okay. Ich habe sie unterschätzt. Die sind böse. Die sind scharf. Ja, ich meine. Gut, dass ich mit einem angefangen habe. Hätte ich mir eine durchschnittliche Menge rein, würde ich jetzt wahrscheinlich sterbend auf dem Boden liegen. Ich habe einfach eine Handvoll reingehauen. Du, ich habe schon Respekt vor dem Zeug. Oh, das kenne ich aber auch manchmal so ein paar Paprikachips sich gekauft und dann nicht darauf geachtet hat, dass das diese Sorten von Paprikachips sind. Hast du dir die Flaming Hot Habanero Dinger mal gekauft? Nee, aber ich hatte irgendwas mit... Mit Ralapeño hatte ich mir irgendwas drin. Und das dachte ich dann... Ich weiß nicht... Damals, als ich noch Chips gegessen habe. Damit habe ich jetzt aufgehört, aber... Ist halt so... Da sitzt du vor dem Fernseher, guckst einen Film und greifst du von der Hand in die Tüte und nimmst... Steckst dir die Hand dann auch in... Äh, was denn jetzt passiert? Ich bin aus Versehen in die Sequenz gelaufen. Ich bin aus Versehen in die Sequenz gelaufen. Für die erwiesene Tapferkeit ernennt dich Ihre Majestät Königin Arschgaul feierlich zum Ritter des Reiches. Das Befieltenreiches? Knie für den Ritterschlag! Du isst also weiter Chips. Ja, ich will mein Limit kennenlernen. Nicht so schnell, Neuling. Das Limit sind drei. Aha. Drei auf einmal. Das ist jetzt meine Welt. Das ist mit vier versucht. Passen nicht auf den Löffel. Ich werde die Dinger ganz sicher nicht mit der Hand berühren. Nein. Ähm, der Drachennot hat gerade die Prinzessin getötet. Ja. Und jetzt kommt gleich das, was wir beide sehr fühlen werden. Gucken. Hm. Ich bestimme meine Geschichte jetzt selbst. Die Zeit eurer Herrin ist vorbei. Und bald folgt ihre ganze Welt. Und was ist da gekommen? Die Königin ist tot. Ach nö, das hat jetzt meine... So'n Scheiß. Das hat meine Karte dazu gesetzt. Oh nö. Tja. Diesmal nicht. Ich habe jetzt die Kontrolle. In der Kommentar war übrigens... Das war nicht geplant. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich rate mal, außerhalb von unserem In-Game-Spiel... Hat wahrscheinlich gerade einen Kampf zwischen beiden ausgeführt. Und der hat gekrittet. Was mir übrigens auch schon passiert ist. Es ist immer lustig, wenn du storyrelevanten Charakter hast, der irgendwie mit einem anderen kämpfen soll. Und dann krittet er und der eine wichtige ist tot. Mensch. Blöd. Du musst halt einen anderen parat haben. Ich nehme mal die Schriftrolle mit. Der Schicksalsbringer ist verloren. Was man einst so sicher wähnte, ist jetzt fragil gebrochen. Aber eine Wahrheit bleibt bestehen. Die Mächte des Bösen müssen aufgehalten werden. Ähm... Also... Ähm... Ein lautes, donnerndes Geräusch ertönt. Bei den grauen Höllen, was jetzt? Das kommt von hinter den Docks! Los, Schicksalsbringer! Ich fürchte, deine Arbeit ist noch nicht getan. Sie hat mich aus ihrem tiefsten Glitzerherz geliebt. Sie fehlt mir so sehr. Sie sind nicht so. Sie sind sehr. Sie sind schon ziemlich schnappen. Sie haben keine größte Tiere, als ich� 40%. Sie sind nicht aus dem Schaden geggak Wireless. Sie sind nicht aus der Rund und die Kräste, als ich da anhgelling. Sie sind abgeholt. Sie sind auch aus dem Schaden. Sie sind nicht vor atrás. Sie sind sehr glücklich auf. Ich bin hier. Sie sind schonkelijk. Sie sind auch ein Schaden. Sie sind nicht nur ein Schaden. Sie sind eine Schaden, ich halte die Kräste. Das sieht prächtig aus. Prächtigst, möchte man meinen. Wie waren nochmal die Emotes? Mit Y. Y, Emotes. Ja, ich glaube ich habe auch ein paar neue gekriegt. Na ja, muss ich auch mal nachgucken. Ich habe glaube ich einige. Äh, Emotes? Emotes sitzend. Ne, ich habe nur zwei. Ja, mein Charakter sieht jetzt katzenartiger aus. Ich habe dann ein bisschen... Eine dunkle Rotfarbe, passt so dumm mit den Haaren. Sieht es mir jetzt... Ich fähle einheitlich aus. Ja, gut. Banner müssen wir jetzt nicht. Ich habe Zugabe gehört. Das kenne ich schon. Du hast recht. Das passt überhaupt nicht zur Stimmung. Ich habe noch eins. So, wo kann ich einen saufen? Äh, gar nicht. Ist eine alkoholfreie Kampagne. So im Scheiß. Ich habe mal eben meine Statue angepasst, auch wenn sie hier nicht auftaucht. Äh, wir müssen sie nicht auftauchen. Ich mal kotiere das. Ich habe in meinen Ideen die Kampagne jetzt so viel Alkohol reingeschrieben. Es gibt jetzt verschiedene Drinks bis zum... Wir haben alle Namen, sind alle... Und bei den hochprozentigen... Das Netban Over Preparation. Ich habe einen Drink und das ist der, der Zwerge aus dem Latschen kippen lässt. Also sprich, das Zeug kannst du... Mit dem Zeug kannst du ein Schiff betreiben. Ich habe mir gedacht, die können was Alkoholvolles trinken, weil müssen die dann, wenn die mal, ob sie besoffen werden... Gehst du nicht mal zu den Docks? Wenn ich weiß, wo du sonst... Du machst einen Con-Safe. Du legst die Schwierigkeit fest. Die Schwierigkeit... Du legst auf der Minimap einen lustigen Pfeil. Dem folgst du bitte. Die Schwierigkeit ist der Prozentsteil des Alkohols. Also wenn die einen 80%igen Alkohol trinken wollen, dann müssen die eine 80% schaffen. Nein. Nein, mach das nicht so. Dafür gibt es Regeln. Du legst fest, wie hart ist das Zeug. Sehr hart ist eine 18. Sehr hart für Zwerge ist eine 20. Ein Bier ist eine 1. So nach dem Motto. Und je nachdem legst du halt an die Schwierigkeit fest den Wert an Con-Safe, den sie schaffen müssen. Das ist ein Schiff. Ist ja im Prinzip nicht zu kompliziert. Und Home-Boo, dir bitte nicht das System. Du kennst das System nicht. Du bist doch nicht bereit. Das ist nicht kompliziert, das mit einem W-100-Würfel würfen. Ja, aber dann sind die Werte von den Spielern scheißegal, wenn du einfach nur mit einem W-100 würfelst. Und das ist auch wieder scheiß für die Spieler. Deshalb machst du einen Con-Safe. Gibt da Schwierigkeit. Wie jeder normale Spielleiter. Hilfst du mir, sie zu finden? Ich war auch mal eine Heldin. Glaub ich. Hast du irgendeine Quest-Card angenommen? Nö. Nicht das wusste ich. Wer hat denn dann gerade geredet? Ich glaube, das war ich. Nein. Jetzt geh endlich zum Dock. Lauf die gerade nach. Na nee, tust du nicht. Du läufst irgendwo auf der anderen Ebene rum. Oh nein. Die Schreckenspyramide ist erwacht. Jetzt verpasst du wieder das ganze Zeug. Ich habe einen Bug gefunden. Aha. Was macht der? Wenn ich mit meiner Waffe reinzoome, dann kann ich den Ton ausmachen für Dialoge. Okay. Verstand. Aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, ob das geholfen ist. Und du hast eine Mute-Waffe gefunden. Nur unsere Königin hatte die Macht, die Ritterwürde zu verleihen. Aber du verdienst eine Ehre für das, was du getan hast. Und was noch kommen wird. Knie nieder. Oder hock dich einfach hin, wenn dir die Knie wehtun. Hm, hock dich einfach hin. Du willst weiter leiden hier. Ich würde dich wieder Chips essen. Hm? Knie dich hin. Steuerung drücken. Hm, hm, hm. Als Regentenverteidiger von Prachthof ernenne ich dich zum Knappen des Reiches. Knappe? Das ist doch Drachenkacke. Ich weiß, es ist nicht viel. Aber es muss reichen. Denn jetzt musst du die Wonderlands selbst retten. Reise zur Schreckenspyramide. Hol das Seelenschwert zurück. Und räche unsere Königin. Können wir jetzt nicht verlappen. Du musst ein Schiff brauchen. Sprich mit der Hafenmeisterin. Du kannst voll und ganz über all unsere Ressourcen verfügen, Schicksalsbringer. Renn dich dauernd weg. Mach die Quest. Du wirst die Person, die streamen. Sprich mit der Hafenmeisterin. Okay, sprich mit der Hafenmeisterin. Ja. Ich würde nur erkunden gehen. Man erkundet diese Stadt nicht. Ah, Ahoy, Knappe des Reiches. Hast du Schiffe? Kann ich schwimmen? Nein, kann ich nicht. Ich kann nicht schwimmen. Ich bin eine Katze. Bau ein Schiff. Naja. Warum haben wir Springstoff an den Mast gebunden? Warum nicht? Was, ein Bade? Muss das Schiff segnen? Nein, muss er nicht. Das ist Schwachsinn. Das ist nur eine Joke-Quest. Du kannst einfach dann starten. Scheiße, ich bin nicht gestorben. Wir können Baden Segen haben als Zaubersturm. Nein, können sie nicht. Das verleiht ihrer Musik Bedeutung. Ist das ein Multiklass-Magier? Ja, übrigens, ich habe gelernt, dass Volo tatsächlich der Avatar eines Gottes ist. In Ballos G3. Er ist Bahamut, soweit ich weiß. Also der Drachengott. Und dafür ist er ziemlich oft. Inkompetent wie Sau? Inkompetent und am Sterben. Und... Aber vielleicht lebt er noch. Oh, das gute Schiff, Balsania, fürchtet keinen Fluch. Leiden los. Okay, du wolltest es sich setzen. Okay, aber der Fluch. Dann viel Spaß dabei. Ich bin nicht auf dem Schiff und... Jetzt wird es lustig. Ich wollte dich eigentlich dazu bringen, das zu machen. War ich jetzt in der besonderen... In der besonderen Gegend? Ich bin gestorben. Auf den Meeresgrund. Wir brauchen einen Baden, der das Schiff segnet. Nö, ich bin noch am Hafen. Ich bin aber untergegangen, oder? Ich bin über Bord gegangen. Aber danach gehen wir die eigentliche Quest an und retten die Welt. Haben wir jetzt das Schiff verloren, oder? Ja. Sehr schön. Gut, dann machen wir jetzt die Quest-Sachen. Ich bin von Bord gegangen, bevor das Schiff untergegangen ist. Es ist untergegangen. Aber ich bin, ich war vorher so. Oder ist es gerade noch ein Zeit-Quest? Ich nehme sie mal eben mit. Die Revolution naht. Mach mit, bei Kobolde oponieren, tyrannische Züchtigung. Und hilf uns, die Freiheit zu erlangen. K.O.D.Z. K.O.D.Z. Nee, warte, ich würde noch Waffen verkaufen. K.O.D.Z. K.O. Was zur Hölle ist los, Leute? Ich dachte, wir wären uns einig, dass wir das zusammen skandieren. Und jetzt macht keiner... Ach, scheiß drauf. Ach, die lange unterdrückten Kobolde vom Kropfenberg. Geht gleich hin, wenn ihr sie von ihrem Leid erlösen wollt. So, gib mir deinen Müll, du Nann. Und das könnte nicht schlecht. Wir sind uns einig. Ich schmelze das in Zauberkomponenten ein. Ich habe da irgendetwas mit 90. Du bist nicht weit von einem Schusser entfernt. Brech ihn auf. Sofort. Ähm. Bitte? Okay, interessant. Bin nur in den Hafen runter. Wie mache ich das Tor auf? Und natürlich gehst du zurück. Wir müssen eigentlich in die Overworld. Ich dachte, wir sollen hier mit dem... Ich bin nicht zum Kopfberg. Wieso, wir sind hier beim Boss. Gut, äh, okay. Äh, ich habe hier gerade einen interessanten Bug. Ich schicke dir mal einen Screenshot. Ich bin ins Menü, in dem Frame, als wir losgereist sind. Okay, wie kommen wir jetzt dorthin, wo wir hin sollen? Indem du über die Karte zur Overworld gehst. Ich sehe gerade das hier. Karte. Overworld. Hm. Ich habe keine Ahnung. Ah, Base-Karte. Hier. Ja. Na, jetzt muss ich nur noch hier. Kenn ich gar nicht. Ich mach's kurz. Moment. Okay, du kriegst es hin. Was denn Karte auf einer Platte steht? Oh mein fucking Gott. Es wurde schlimmer. Was wurde schlimmer? Jetzt sehe ich das hier. Den Spiel ist kurz, kurz gesagt, der Spiel ist komplett, äh, komplett verbracht, oder was? Ja, ich habe mir das Spiel ruiniert, offensichtlich. Sehr schön. Ich habe hier den Käse-Pick-up. Das heißt, du fühlst mich einsam. Nur auf perverse Weise. Nein, heißt das Macht. Oh, willst du wetten? Verdammt bin ich peinsam. Ist das eine Nebenden-Quest? Soll ich die annehmen, oder? Äh, ich mach mal eben kurz das Hauptzeug. Ja, nimm einfach mal alles an, äh, an den Quests an. Da stehen Käse-Pick auf dem Weg. Ah, es ist weg. Mein Spiel geht wieder. Den Käse-Pick auf den Käse-Pick auf den Mann nicht machen. Ja, doch. In den Dungeon, den sie ganz sicher definitiv und 100% schon vorbereitet hatte. Und was sonst? Immer. Ja, hallo, mein kleiner Keimling. Seht, ein sorgfältig entworfenes Verlies. Da drin ist der Schlüssel sicherlich sicher. Das kaufe ich dir nicht ab. Ja, meine neue Fähigkeit ist der Schlüssel der Schlüssel. Ich lebe meinen kleinen Schnitter in Ausbildung. Die Fähigkeiten sind bei dir das, was bei mir der Hammer ist, so bei mir. Ja, das ist der Hammer. Den Hammer finde ich ziemlich gut. Äh, ja. Bei mir hat er halt am Anfang diese Scheiß-Pile. Jetzt kann ich die Kornados. Wir schaffen die Gegnerverfolge. Die sind sehr viel besser und sehr viel stärker. Ja, ich bin aufgestiegen, jetzt bin der G80. Ja, nein, ich noch nicht. Das ganze Fleisch macht dich nur zu allem Sachen. Und zieht mir nur an dich aus. Ein bisschen was sonst gesetzt werden. Ja, dein Gegner. Ja. Wann kriegen wir bessere Waffen? Wenn du sie findest. Oder mit Bestbelohnung. Diese Körper sind bald leicht. Okay, wir haben den Kampf geschafft. Ja. Ich hab schwattige Items gefunden. Nein. Ich habe mich auf die Zimäuse. Das ist ein Baby. Was die nicht wissen ist, dieses ganze Abenteuer ist improvisiert. Ich wollte gerade sagen, dass die nicht immer improvisiert. Du musst nur wissen, wie du es verheimlichst, dass du improvisiert hast. Oder es offen zugeben. Nein. Man gibt sowas doch nicht offen zu. Das würde heißen, man hat Dinge nicht perfekt geplant. Das Faktor Mensch nicht berücksichtigt. Ich wusste viel überhaupt. Ich habe dem Gefallen getan. Am besten wie immer mit einem Chat, der genau das tut, was du willst. Das macht am meisten Spaß. Ne. Also gut, holen wir uns den Schlüssel, um den Käseflip zu öffnen. Chat-Chip die Kampagnen sind normalerweise richtig scheiße. Hast du schon mal gemacht? Ich habe die eine Proberunde, die wir mal machen wollten, habe ich mir vom Chat-Chip die erstellen lassen. Das war richtig Bullshit. Okay, verbreite nur nicht über die Runde. Hast du eine Proberunde? Hast du eine Proberunde? Für meine Kampagne für Pargo. Wirklich, ist das denn ernst, dafür? Ich habe mir... Da kamen zwei Spieler, die einen neuen Kampf erstellt haben. Und dann haben sie gesagt, sie wollen noch eine Proberunde machen. Da habe ich gesagt, das kann ich jetzt in zwei Tagen. Das geht in zwei Tagen jetzt nicht hin und dann habe ich einfach mal Chat-Chip die Nala. wie viele piraten und overpowered items hattest du nicht ein wird bei mir waren es immer piraten oder overpowered items die haben dann einen rucksack gefunden der sie irgendwie jetzt von dem typen das war ein bisschen die auflösung wir machen erst mal ein paar zeitquests würde ich sagen hier ist jemand wir müssen jetzt eben bilder von mir so ein start und sie ist der influenza parodie deshalb habe ich sie nicht angesprochen das ist wirklich keine influenza parodie ich bin jetzt wasser gefallen ja apropos vor dem letzten mal schon über skandale gewesen haben um mir steht auch mit drin in der ganzen scheiße von dem ich sicher war dass er etwas hat wobei bei dem ganzen ist ein manipulatives arschloch und hat dreck am stecken und da wird bald was ich war gut sympathisch war mir jetzt nie aber ich hätte jetzt von dem nicht gedacht dass der was hat also abgesehen von er gründet wahrscheinlich ein kult und fängt an aus dem bauernhof als selbstversorger zu leben das war erwartet hat milch ist gift oder was das ist die der hat der wollte auf seinen komischen bauernhof bevor ich raus dass das ding komplett verschimmelt schrottig und unbrauchbar ist eine kommune und ach weißt du was man mich ob das alles nicht ist ich auch nicht ich wollte ich wollte mal ein kleines update geben weil wir gerade influenza ich bin da in dieser ganzen influenza seit gar nicht drin ich auch nicht aber ich genieße gerade das drama ist es sehr unterhaltsam ich habe genug drama in meinem echten leben ich nicht brauche mich auch noch das im internet brauche ich das drama von anderen noch mitverfolgen sind wir jetzt wieder in der selben lüge oder das ist ein generisches dungeon also das haben die in einem anderen tier auch schon festgestellt das ist in jedem abend wenn ein skelett fest fest feststeckt ja apropos ähm wie weißt du wie skelette mit äh immer wissen wo der abenteurer ist wir sprechen mit dem skelett das uns immer abenteurer davon ist aha denk mal drüber nach das ergibt doch sinn die haben keinen gehörgang die müssen telepathisch kommunizieren das heißt deine eigenen knochen wollen dich umbringen dann überleg mal eigentlich bist du eigentlich bist du ja ein gehirn das in einem skelett gefangen ist und dieses skelett ist gefangen in einem großen fleisch äh 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 ja eigentlich sind eigentlich sind wir nur irgendwelche wabbeligen wabbelige masse die einen fleischmeckeranzug steuert ja wenn das was denkt ist ja dass das gehirn also du bist ja also du bist ja dein gehirn also du bist du bist das was da aus du bist das gehirn in dem was in einem fleischsack in einem skelett gefangen ist ja aber denk mal drüber nach wenn man die alles an deinem körper nach und nach ersetzen würde außer das gehirn bist du dann immer noch du oder bist du jemand anders ja du bist noch du bist du hier sicher relativ parothesen und so weiter und künstliche ich meine nicht künstlich sondern wenn du einfach dich nach und nach durch teile von jemand anderem ersetzen außer das gehirn ja weil es gibt ja es gibt ja so geschichten dass man ähm wenn das herz noch drin ist es gibt ja es gibt ja berichte dass die dass das leute neues herz verpflanzt bekommen haben und dann und dann teile der persönlichkeit vom anderen noch mitbekommen haben weil weil das einfach weil es mit der wer tut ja und ich entweder du oder ich bin in den kampf reingelatscht ich bin in den kampf reingelatscht ja cool ich bin nämlich gerade durch das realtor gegangen als das passiert ist also es scheint nicht ganz so zu sein dass nur das gehirn der einzige teil ist was da es ist irgendwie das herz hat scheinbar auch irgendwie ein bisschen ja das ist halt immer die frage wieviel prozent von deiner persönlichkeit ist biologisch und wieviel prozent von deiner erinnerung ist ja wenn du einen arm oder ein bein abgenommen kriegst da ändert sich jetzt nichts an ne ne aber die allgemeine zusammensetzung ich meine wieviel prozent ist von deinen hormonen abhängig wieviel prozent ist von dem zusammenspiel von organen abhängig ich würde sagen wenn die organe drinnen bleiben kann sich der körper ändern wie er will das ist doch ein weiß ich halt nicht ich bin jetzt kein professor und ich bin jetzt kein biologieexperte das ist alles nur blödsinn gelaber nö wir machen nur wieder unseren borderlands ich gebe vor wie jede woche das ist jetzt alles nur blödsinn gelaber was man das ist aber aber dass das ist auch wieder eine gute frage ist angenommen du würdest keine ahnung nehmen wir mal das standard szenario und wir müssen im truck überfahren und was dann in einer anderen welt mit einem anderen körper auf wer bist du dann nur weil du dich an das erinnerst was dir passiert ist aber dass du den körper ändern kannst dass du das durch schönheitsoperationen dir den körper umändern kannst das ist ja komplett das ist ja bewiesen dass du dass du dadurch nicht ein anderer menschen wirst du dadurch bist du sicher guck mal auf die leute die wie schön als ob die es machen bin ich wie viel hattest du schon keine einzige siehst du kannst damit reden wobei ich mir nicht vorstellen kann dass die diese menge an plastik im körper gar keine auswirkungen hat es riecht jetzt nicht von so was von eine runde hauen und drüber laufen echt cool du hast für immer einen neuen fahrt durch die wonderland zu öffnen in einer sackgasse ich habe einen fahrt in einer sackgasse aber ich glaube nicht gut und jetzt kleiner rat wenn man sehr scharfes zeug isst nicht niesen ist doch ein bisschen sahne vielleicht hilft es ich meine was ich glaube ich werde die nächsten paar wochen nichts mehr riechen können kannst du dir mal ein bisschen wasser trinken das würde es sein gute idee Sahne würde helfen dann trinken wir mal ein bisschen wasser das verstärkt auf keinen Fall den Scherr perfekt verteilt verteilt auf keinen Fall die Schärfe im Mund wenn du wasser trinkst in dem Verlies da drüben könnte eventuell ein Schreiteil sein was gegen Schärfe hilft es tatsächlich was ich gerade gesagt habe Fett essen so ein bisschen Sahne so saure Nöffel saure Sahne essen Milch hilft auch Milch saure Sahne hat ein bisschen auf dich geschossen immerhin du sahst so verdächtig aus immerhin was positives ist äh die ganze Menge an angestauten Schmutz in der Nase hat sich die soeben gelöst sie läuft wieder das ist richtig das ist äußerst angenehm weil die letzten Tage so ein bisschen Probleme mit verstoppter Nase hatte vielleicht ist es doch nicht das schlechteste was man tun kann äh ich hab hier so'n ja so'n Kreis so'n Situalkreis nicht reinrennen ist ne Falle bin schon drin ist ne Falle Homer mhm hh ...und gibt sonst irgendwas Neues bei dir so die Woche Na Nichts besonderes abschluss wieder geschrieben so und so wie ist das gefühl sagt sagst du ja aber gespannt auf die gespeitert bin gespannt auf die ergebnisse die werden aber noch ein paar monate brauchen monate what the fuck ja gut also ist die theorie prüfungen dauert jetzt erst mal die hat jetzt also mittwoch hatte ich die theoretische prüfung und seit donnerstag habe ich praktische prüfung das heißt sie geht jetzt zehn arbeitstage lang dafür habe ich habe ich konnte konzeptionsphase da muss ich innerhalb der zehn tage ein großes projekt fertig zehn tage sogar ich hatte nur fünf ja so wird werden jetzt die konzeption machen die die nach mir dran sind wir haben auch nur noch fünf also ich bin der letzte der jetzt noch zehn hat das ist dann war das hatte ihr caso hat es bemerkt oh scheiße wir haben den zehn tage gegeben also wir gehen noch in die ordnung weil sie konnten es in der zeit nicht ändern aber wir dürfen noch zehn tage haben aber die nächsten sind dann jetzt haben sie jetzt haben sie auf die ordnung die ordnung geändert haben die 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 nach mir dran kommen als die jetzt im zweiten der jahr sind die haben da die dürfen dann noch fünf tage wer weiß bemerkt haben da steht zehn tage drin was war das so ja okay das ist einfach ein fehler der ewig nicht bemerkt wurde ja und bürokratie ist halt einfach so das ist halt und ist jetzt halt wir ändern zeit aber die jetzt noch dran kommen die müssen ja gut das ist ich muss auch dazu sagen die fünf tage werden schon ein bisschen fließt du brauchst du brauchst da schon zehn tage für um das dinge zu schafften um das zu schaffen es ist das schon nicht musst du musst halt unter stress arbeiten darum geht es doch bei dem ganzen dinge lösen ist der stress ist das grundsätzlich gar nicht selbst mit fünf tagen wäre es nicht stressig aber es wäre halt ja dass wir nach den nach den zehn tagen ist dann nach den zehn tagen habe ich dann erstmal noch eine woche frei weil das irgendwie die terminplanung wieder scheiße war und dann nicht frei ich muss dann arbeiten nach der auf welchem level bist du noch auf level 7 oder ich habe acht ich bin immer ein bisschen hinter hinten dran mir würde ich auch ein bisschen ja ich bin ja auch besser als du gut nächstes hat fest wie gesagt dann kommt jetzt da habe ich dann noch einen sieben stunden teil wir brauchen den funktionierenden bauplan knacken oder und zwölften habe ich dann noch einen siebenstündigen und am 14 habe ich dann einen zweistündigen prüfungsteil so und dann wird das ganze kommt dann wird das ganze noch korrigiert von der prüfungskommission und ein zwei wochen also gegen ende juni in der juni kommen wird dann wird dann so gibt es dann zettel wo dann drauf steht voraussichtlich die prüfung bestanden oder du hast verschissen du darfst noch mal im winter kommen ok so was bei uns auch mündlichen dann bist du dann gar nicht oder also dort meine ausbilderinnen habe ich die möglichkeit noch zu einer mündlichen zu gehen wenn ich verkauft habe aber auch her so optional bei uns ist die verpflichtend gewesen damals muss ja mittlerweile schon damals sagen das ding ist halt also diese dieser zettel mit voraussichtlich bestanden den schicken die relativ schnell zu das ist das ist sobald die genügend pünktchen gefunden haben um zu sagen das bestanden oder du bist durchgefallen schicken wirst du das kann nach zwei wochen schon passieren aber die richtigen ergebnisse kriegst du erst das kann bis ende august dauern was geht das können wir sind da sind die noch ein mister da lassen sich zeit ist dann wirklich alles richtig korrigiert wird ja ich weiß gar nicht wie es war das nicht auch so war das mit voraussichtlich haben ich weiß noch bei mir war die was bei der mündlichen so ja gut dann erzählen sie uns mal ein bisschen was so dann zehn minuten später ja das war noch ganz okay gut sie sind jetzt fertig ausgebildet hat glückwunsch ich hoffe sie haben schon einen neuen job wir haben ja gestorben ist aber wenn sie hilfe brauchen dann melden sie sich haben auf bestimmten pausch und wir kennen ja leute tschüss nächster so selbst ist auch sobald diesen den zettel bist du voraussichtlich bestanden hast das ist auch nur bei der ausbildung so ansonsten ist das bei allen anderen arbeitsverhältnissen ist das nicht so dass du sobald diesen zettel in der hand hast bist du sofort gekündigt das ist sofort die ausbildung vorbei doch das machen viele so aber rechtlich gesehen bist du ausgebildet bist du dein richtiger ich habe das anders gelernt aber das ist da kann sein dass es bei euch in dem ding fall anders ist ich meine auch dass das verhalten ist dass das bei der ihk für alle so ist ja wie gesagt ihr seid der ihk wir sind ja das wird so sein wir haben etwas längere ausbildung verdienen wird so 70 prozent weniger als ihr immerhin bist du dir da sicher ja ich weiß was ihk leute und handwerker verdienen ja bist du dir sicher dass du weniger als mediengestalter verdienst nein aber allgemein wenn ich jetzt handwerk mediengestaltung lernen würde angenommen so was würde angeboten werden dann würde ich 70 prozent weniger verdienen als ihk leute weil weniger schutzversicherung und so weiter da sind beziehungsweise weniger rechtlich absicherung weil mit handwerkern darf man ja machen was man will weiß man ja sieg die böse wichte um euch die baubräne zu holen wie viele generische dungeons müssen wir jetzt hier noch durchmachen einige müssen wir die durchmachen oder wollen wir mal mit der hauptstory weitermachen bist du wieder bist du wieder drauf dass du jede Nebenquest abgehakt haben willst äh ne aber die muss man tatsächlich machen weil die die maps verändern und dann kann man erst zu den weiteren geblieben sind wir kämen zum beispiel aktuell gar nicht zu dem berg hin weil wir dafür die beste 4 machen müssen äh ich bin fast tot ich bin tot dann komm wieder zurück ja na kann ich nicht dann bleib tot die musst du machen ja ich bin tot beim sterben zumindest Ich bin so stolz auf dich! Zurück an die Arbeit! Ja jetzt mach endlich die YouTube-Fassung! Gib einen Bestes, aber der tötet mich die ganze Zeit! Ich benutze halt deine Waffen! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich glaube wir haben es nicht geschafft! Nein! Wir bleiben jetzt mal am Leben! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Sind sie irgendwo noch Gegner? Ja oben! Ich werde mich nie ergänzen! Ich bin tot! Ich mach das hier nicht schon wieder allein! Ich will nicht doch mal missbraucht werden! Ein Heiliger Zock! Meine leichteste Übung! Sollte ich dir was zu essen gehen? Ein kackes Akt! Acht! Ein Hecht! Ich bin tot! Ich bin tot! Wunsch. So, wo geht noch? Hier geht noch. Lade auf nicht, es stürm ich! Kann ich mich verlesen oder hieß die gerade Christine? Möglich. Ich lebe in den Herzen und könnten den Entschreiter dienen. Du kannst dann ziehen hin und nicht dann singen, Fräulein, du Frauenfeind! Das wird mir gut tun! Ja, ich habe eine Schusswaffe! Das ist nicht anachronistisch, weil dies eine Fantasie ist! Ich glaube jetzt auch nicht! Wer ist auf was gelandet? Einer von meinen Tornalos wird irgendwie am anderen Ende der Map gespawnt. Ahaha. Hier ist eine Kiste. Grüne Waffen. Farben sagen hier wenig aus tatsächlich. Guck lieber was mehr Schaden macht. Ich glaube bisher allerdings wenig. So, jetzt werde ich jetzt die Scheiße ersetzen. 16. 64 Schaden, oh. Das ist gut. Scheiße, du stinkst! Ich dich auch. Ich sag' ich jetzt nichts für. Ich sag' ich jetzt nichts für. 77, 64 Schaden, sehr schön. Oh, ich habe eine Sniper. Und eine Pistole. Der nächste Kampf. Fantastisch. Die haben immer zwei Kämpfe. Die macht aber auch nicht wirklich schaden. Benutze deine Fähigkeiten. Denk dran. Ja, aber die kannst du halt nicht immer benutzen. Nee, dafür müsstest du Intelligenz leveln, aber du bist da mehr so voll rein. Mach die auch davon zumal. Ich gehe voll auf Intelligenz. Ich kann direkt häufig streben. Aber die brauchen halt ne Weile zum Nachnahm. Ja, ja, wie gesagt, mit Intelligenz wäre das ein bisschen cooler. Wir wären schon bei minus 17 Prozent. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich könnte eigentlich eher auf Kid-Chance gehen. Ich glaube, du arbeitest besser mit Kids. Ja, kann ich auch mal ein bisschen Intelligenz leveln. Das habe ich meistens auf Stärke und eigentlich auch auf Intelligenz. Ja, ja, ja. Ja, ja. Der Plot hier ist dämlich, aber er muss auch dämlich sein. Sind nicht mehr diese Witze von 60-Jährigen für 12-Jährigen geschrieben. Oh, die kommen noch, aber es sind Fantasy-Anspielungen, also geht das. Ach, gibt es hier auch wieder Hello-Fellow-Kids für Jokes, oder? Ja, ja, so ein paar, aber die kommen auch gut, weil es ist Fantasy. Das passt schon. Es kommen sehr viele Herr-der-Ringe-Sachen. Aha. Das muss ja wohl sein, dann um die in dir. Ja. Ich habe 87 Waffe. Ja, ich bin übrigens absolut nicht zufrieden mit den Waffen, die wir aktuell haben. Ja, die haben wir hoffentlich noch bessere. Ja, ich weiß, dass es bessere gibt. Auch welche, die tatsächlich richtig Spaß machen zu spielen, aber die kriegen wir irgendwie nicht. Ich habe zum Beispiel eine einzige Shotgun insgesamt jetzt bisher gehabt. Von daher die Dinger, die Strahlen schießen, aber die sind scheiße. Ich habe hier Scharfschützen, die relativ viel Schaden machen. Ja, aber die spielen sich halt auch die Arsche. Ja. 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 Das tun wir jetzt hier hoch. Brauchst du was? Indem du ihm erstmal das Geld gibst. Äh, den Bauplan gibst. Meine Pläne! Ich kann dir gar nicht genug danken. Ich liebe diese Baupläne aus tiefstem Herzen. Und hier habe ich meine romantische Liebe. Um es deutlich zu sagen, ich lebe im Polykül mit meinen Bauplänen. Reparieren wir nun diese Brücke, meine Süßen. Ah, ich habe... Hat er uns gerade seine Süßen genannt? Nein, seine Baupläne. Oh, er baut eine Regenbogenbrücke. Ja. Hier ist eine magische Regenbogenbrücke als Geschenk von meiner Familie an deinen. Schönen Tag noch. Wird seiner Familie an meine? Ja. Ich kümmer mich in der Zeit hier um. Äh... Das rot leuchtende Zeug kannst du kaputt machen. Oh. Alles gut. Weg hier. Du kannst die mit Nahkampfangriff auch direkt in der Karte kaputt machen. die Karte kaputt machen. Wir müssen jetzt zu irgendjemandem zurückkommen, eine Zeitbsch Puncts abzuschließen. Und vars común. Und was ist... Ich bin jetzt grad... hoch, dann können wir die zweite Aufrecht nehmen. Ah, doch, Sonder. Nein, das ist der Großteil vom Spiel. Wir werden im Dungeon. In der Zeug. Zumindest die Gegner sind manchmal interessant. Stirb nicht. Gib mir ein Bestes. Wow, hat mein Charakter gerade wirklich einfach nur überflüssig gemacht. Hinter dir ist so starke Kobold. Ach du, und die Kumpel, die explodieren. Die haben Sprengstoffe aufgerufen. Ja, ja, die haben kleine Sprengstoffe. Die sind neu, ich kenne es noch gar nicht. Ich ziehe nichts mehr. Ich bin im Sterben. Alles gut. Dachtest du wirklich, du könntest mich ernten? Haben wir. Falsch gedacht. Ach, dann muss ich wohl noch etwas leben. Das ist ein Schreinteil. Schreinteil. Und Schreinteil. Ja. Ist nicht der Grund, warum ich da jetzt hoch bin, sondern das hier. Perfekt! Beeil dich und bring mir das Blei. Ja, jetzt können wir hier zurück zu dem anderen Typen und dann zu der Frau und dann können wir das abgeben. Juhu. Ja, du kannst zu ihr gehen, ich gehe zu ihm. Weiter drüben. Ja. Dann haben wir soweit die Zeitquests in dem Gebiet auch abgeschlossen. Zumindest die uninteressanten. Du kannst nur meinen Fanpreis aussehen und ich helfe dir vor, deinen Fanpreis auszusehen, falls du welche hast. 4 vor 5 Nebenplästern geschlossen. Exakt. Gibst du deinen noch ab, oder? Ich bin wieder im Rennen. Wir werden ja sehen, wer der wahre Alchemist von uns ist, Brüder. Deine Bezahlung. Wo ist der Bader? Ähm. Das ist die Hauptpläne. Der wird sehen und ein Achievement. Bader ist die Hauptquest, das ist ein großes Gebiet und da sind die Zeitquests ziemlich cool, die machen wir auf jeden Fall. Okay. Ich weiss nicht, wie die nur Dungeons sind. Nö, die sind spaßig. Du hast was mit den Schlümpfen, du hast was mit der klassischen Art. Die Intelligenz ist jetzt auf 20. Bei mir. Schön, ich bin bei 25. Plus 10% Zauberabding Zeit. Aha. Na, ich bin mir. Schickigkeit habe ich relativ schlecht in Level. Das sollte ich vielleicht auch mal wieder machen. Das muss sich sogar ausgeblichen sein. Bei Stärke habe ich jetzt plus 6,3 kritischer Schaden. Schickigkeit habe ich jetzt plus 6% Crit Chance. Plus 10% Zauberabding Zeit. Minus 6% Statusschaden. Plus 15% Max TV-Schutz und minus 3% Skillabding Zeit. Ach so, Skillabding Zeit. Ich muss hier Einstimmung machen, damit mein Hammer hier. Ach so, Einstimmung? Das ist das Intelligenz für den Zauber. Sollte ich Einstimmung machen, damit ich meine Zauber auf das benutzen kann. Manche ganze Zeit auf den Zauber. Das ist sehr dumm. Das ist auch schön, aber ich habe jetzt minus 3% ASG-Abding Zeit. Das heißt, der hat es. Okay, sollte man ein bisschen mehr auf Einstimmung machen. Ja, Einstimmung mache ich auch als nächstes. Ich gehe aber aktuell auf Intelligenz, weil ich die Zauber sehr oft spamme. Wir haben jetzt nichts zu gemiet, oder was? Ja. Wie probiert das? Ich glaube, es sind immer noch die Chips. Mhm. Ich versuche mich zu muten, wenn es geht. Sind die mal alle, oder? Das ist ein Pack aus den USA. Was glaubst du denn? Übrigens, weißt du, wenn man erkennt, dass ein Produkt aus den USA stammt? Das ist fettig? Nein. Wenn drauf steht, mit echtem Käse gemacht. Und nicht mit Käsearoma. Mhm. Ob wir in Deutschland nur Käsearoma haben, oder? Hm? Weil wir in Europa nur Käsearoma haben, oder was? Nein, weil man in Europa generell nicht Sachen mit echtem Käse macht. Nee, glaube ich aber nicht. Also gut, plötzlich sterben alle Bäume. Glaubst du wirklich, dass in... Glaubst du wirklich, dass in den... Kartoffelchips echte Kartoffel im Grunde sind und... Äh, in Kartoffelchips ja, in Pringles nein. Aber die dürfen sich auch nicht Kartoffelchips nennen. Äh, in den Paprikachips, dass da wirklich die... Das ist da alles Aromen, die da draußen sind. Ja, aber zumindest natürliche Aromen. Ja, genau wie wir es geübt haben. In dein Kraft! Ich weiß nur aus den USA, dass das, was die Brot nennen... Einfach nur wieder... Das geht aus gerade so als Toast durch. Nicht mal. Das ist so ein sehr, sehr weiches Weißbrot, was du... Also wenn das zusammenknetscht, kannst du ein ganzes Brot auf eine Scheibe zusammenpressen. Das ist halt einfach so richtig pappiges, matschiges Brot. Ja, und das lustige ist, wenn du das zusammenquetscht hast, da ist es trotzdem noch luftig. Aus irgendwelchen Gründen. Das ist halt richtig widerlich. Das ist richtig wider. Ja. Das, was die als Brot... Superbrot hat. Wir kennen kein echtes Brot und echtes Brot macht ihnen Angst. Und wenn man nach Ami nach Deutschland kommt und ein richtiges Brot sieht, dann ist dann so ein Mischbrot oder so vollkommen Brot... Wie gesagt... Aber ich weiß dann auch nicht, was auf dem Brot nehmen soll. Es steht, ich stelle irgendwie dann so 100 Sorten Brot und es ist dann so... Äh, was? Ich habe viele amerikanische React-Videos auf deutsche Produkte gesehen, die haben legit teilweise Angst vor Brot. Die kennen das nicht, die mögen das nicht, das ist nicht süß. Das schmeckt ihnen nicht. Ach... Aber sie mögen unsere Softdrinks. Ja, das ist verständlich. Die sind auch scheiße süß. Und ja, er ist zurück. Ich habe ihn gehört. Ich würde gerne sagen, ich habe ihn vermisst, aber das wäre eine glatte Lüge. Ja. Ist sein einziger Auftritt in diesem Spiel. Oha. Oh ne, es ist nur Kapazität, das ist so. Okay, Stimmungsumfrage, Stimmungsumfrage? Äh, sie ist die Stimmung. Mir geht's gut. Noch besser wäre es, wenn... Und gar nachdem ich Clip-Clip gehört habe, ist die Stimmung scheiße. Wow. Was kann ich denn dafür? Und wieso stört dich das? Du weißt ja nicht mal ihren Namen. Wären wir auf Plündertour gegangen, wie von mir vorgeschlagen, hätten wir den Dragonlord vielleicht aufhalten können, aber nein, du musstest ja den Helden spielen. Okay, die Stimmung ist also gut. Super gute Vibes. Die muss ich nicht mehr checken. Oh oh. Es gibt Ärger in der Party. Ich finde die Lady von sie. Sie würde lieber alles in die Luft jagen, als die Kontrolle zu verlieren. Fühle ich beide Aussagen. Mhm. Du wirst immer alles in die Luft jagen, statt sich in die Kontrolle zu verlieren. Ja. Habe ich auch schon gemacht. Erinnerst du dich an euer letztes Abenteuer? Im Stream. Welches? Das, wo ich irgendwann gesagt habe, ja, ist mir scheißegal, ich beende das hier jetzt. Mhm. Oh, eine. Sidequest. Äh, ja, scheiß ich gerne. Kleine blaue. Da machen wir erst die, da machen wir die Schlümpfer. Hier lang. Dieser deutsch klingende Schlümpfer. Komm in unser Auffanglager und sprich mit meiner Frau. Wie ist das Familienzusammenkunft mit deinen Pilztüten? Ja. Oh, keine Ahnung. Die klingt dir auf jeden Fall alle? Ja. Da habe ich ja Familienzusammenkunft. Hoffentlich hast du Geld. Ich töte nicht umsacht. Und da kriegst du nicht deine Familie bei der Zusammenfamilien zur Abfunft. Ich glaubst, ob ich das Bundesland gewechselt habe. Ah. Ach deswegen, du hast im Podcast gesagt, deiner Mutter geht es schlecht, aber sie hat es halt einfach blöderweise überlebt. Ich bin gerade auf dem Weg zu einer Mission, aber wenn du uns helfen willst, sprich bitte mit dem Lumpf. Es waren leider nicht genug Glasschermen im Essen. Der Mutter liegt krank im Bett, aber sie hat es halt einfach nicht in der Zeit, sie hat es einfach überlebt. Nee, so schlimm, brauchst mich. Erkennst du teilweise die Geschichten von diesen sehr alten Leuten, die einfach nur noch leben, weil sie, weil sie nicht, weil sie wissen, dass wenn sie sterben, der ganze Hass einfach verpuffen würde. Sie einfach nur noch leben, weil sie hassen. Da gibt es einen Film drüber. Das ist so ein... Das ist so ein... Das ist so ein... Das ist so ein Gran Turino. Das habe ich noch nicht gesehen. Aber ich glaube, da war ein alter... Ein alter Ami, der einfach nur noch zum Hassen lebt. Der öffnet dann einfach... Ja, ich meine, ich meine aber die Geschichte von unter anderem dieser... Der Schwiegermutter, die ihren Schwiegersohn so sehr gehasst hat, dass als sie ins Koma gefallen ist, sie viel später aufgewacht ist, ihn beleidigt hat und dann gestorben ist. Insta. Er war mit dem Mittelfinger... Du musst unbedingt gucken, also Gran Turino ist ein großartiger Film. Äh, ist ja irgendwo auf meiner Liste, aber ich hab so schon kaum Zeit. Im Gegensatz, also der... Es ist auch nicht so eine Sache, dass... Das heißt, am Ende wird er gut oder so weiter. Er ist am Ende schon gut, aber er ist immer noch der alte... Die alte... Grieskram. Also er ist immer... Ich will das Ende nicht spoilern, aber es ist... Er wird am Ende schon irgendwie zum Held. Also er macht da schon das Ried, aber er ist immer noch der... Also es ist jetzt nicht so eine Scrooge-Geschichte, dass er jetzt vom... Er hältst die runter von meinem Rasen-Mentalität, das ist doch nicht... Nicht, dass das heißt, okay, der ist auf einmal... Die Welt ist erst wieder... Der Fiesling ist auf einmal wieder fröhlich und man mag alle und... Das ist dann... Verteiliges Lumpflager... Das Lumpflager... Okay... Ja, du bist irgendwo anders wieder. Ich muss hier die ganze Scheiß wieder allein machen. Ich weiß auch nicht, wo du bist. Ja, komm halt einfach mal rüber auf die Karte. Du bist irgendwie durch das Dorf gerannt und dann... Dann bin ich gleich gerutet. Du darfst gerne kommen. Ich habe hier gerade meinen eigenen Kampf. Bist du überhaupt? Ich kämpfe hier gerade wie ein Mörser-Pilzer. Ich kämpfe hier gerade gegen ein paar Pilze und sterbe. Ich kämpfe hier gerade auch meine Kämpfe. Ich habe hier eigene... Und ich bin tot. Hier sind irgendwelche Pilze im Dorf, die ich hier gerade versuche, jetzt für mich. Die sind nicht im Dorf, die sind irgendwo anders. Du warst über der halben... Die halbe Map entfernt. Komm endlich. Hier. Red mit dem Alten. Es ist eine verlumpfte Schande, seine Artgenossen auf diese Weise zu töten. Aber soweit wir wissen, gibt es kein Heilmittel für die Blauhut. Ich kann den Kitzlug streicheln. Ich wusste nicht, mein Drache. Könntest du nachsehen, ob es meiner Frau Königin gut geht? Ich muss mich um die andere Kitzlugze im Lager kümmern. Und sicherstellen, dass niemand gebetet wird. Alles klar. Vater Schnupf, der einzige Heterotyp im Dorf. Darauf wird hier auch nochmal eingegangen. Bin ich in Schwierigkeiten? Gurgelrotz hat meine Königinnenwache getötet und jetzt ist er... Es ist alles in Ordnung. Uns geht es hier echt gut. Wir trinken nur Tee und reden über unsere Gefühle. Das ist der in Stammbaum im Kreis. Das ist ja sowieso... Ja gut, das weiß man. Deswegen sind es auch blau und klein. Die waren eigentlich mal über 2 Meter groß. Wo bist du schon wieder hingerannt? Keine Ahnung. Ich habe keinen Orientierungssinn. Das merke ich. Das ist schlecht, weil das ist das größte Gebiet im Spiel, glaube ich. Na hier habe ich vorhin gekämpft. Ich sehe es. Ich habe deinen Spiel zu jetzt abgekriegt hier. Du hast eine wirklich tolle Leiche geschaffen. Ehrlich. Du hast eine wirklich tolle Leiche geschaffen. Ich sterben hat es auch nicht genug. Ich werde es wieder. Du weißt aber überhaupt nicht, wie die Quests auf der Minimap markiert sind, oder? Okay. Dort tut hier irgendwas. Hier, kein Nutz für die Seite. Ja, ich werde es nicht mehr zu tun. Ja, ich werde es nicht mehr zu tun. Ja, hallo, mein kleiner Keimling. Rotztopf. Ja. Okay, wie kommen wir rein? Gar nicht. Das Fenster überprüfen hier. Oh, hier ist eine andere Seite. Ich habe mal eben wegen des Soft-Sammels. Ein Würfel. Geh nach keinem Löffel. Und jetzt geh ans Fenster. Erforce deine Gefühle. Du weißt, dass es blau ist. Ja, ich meine, wahr. Ruhgekrotz. Ach, Ruhe. Hm. Jetzt wäre nur von dem Schimpfen angegriffen, oder was? Ja, du, keine Sorge. Ich habe die Tornados. Die machen das richtig schnell. Die haben, glaube ich, nur eine im Spiel, oder so. Mit der Waffe kann ich immer gar nichts machen. Ja, die Waffen sind knackig. Deshalb habe ich dir gesagt, merkt ihr wohl, wie deine Fähigkeit funktioniert. Klar, solche Massendinger sind für das hier sehr gut. Ja, da muss man drauf leveln, dass das irgendwas benutzen kann. Klar, wir sind leider nur zu zweit. Können wir nicht machen. Was können wir nicht machen? Dumme, kleine Lümpfe. Wenn ihr eure geliebte Frau Königin retten wollt. Klar, der will ein Individuum oder ein Quartett haben. Oh, mir gefällt der Klang dieses ominösen Kicherns nicht. Das ist höchst verunruhigend. Hör zu, Fremdling. Gurgelrotz hat mich gezwungen, ihm bei seinen Experimenten zu helfen. Ich hatte keine andere Wahl. Aber jetzt kenne ich die Wahrheit. Gurgelrotz hat den Blauwutvirus erschaffen. Das ist alles Teil seines großen Plans, die Lympfe ein für allemal zu vernichten. Und ich habe auch erfahren, dass es kein Heilmittel gibt. Unsere infizierten Brüder sind verloren. Alles, was wir jetzt tun können, ist es, ihnen ewigen Frieden zu bringen. Ich möchte, dass du etwas für mich tust. Nimm dieses Rezept und sammle die Zutaten im Wald. Oh ja, dieses Rezept. Passt da. Oh, und Lympfe. Ihr solltet euch beeilen. Sonst könnte Lupine etwas blauer sein als sonst. Dieser verlumpfte Lumpfmörder. Hirnilumpf, bitte sag mir, dass du einen Plan hast, unsere Frau Königin zu retten. Allerdings, ich habe den heldenhaft aussehenden Fremdling losgeschickt, um Reagenzien für Gurgelroths Pilzverbesserungstrank zu sammeln. Wenn sich meine Theorie als richtig erweist, sollte uns das dabei helfen, das verbarrikadierte Dorftor zu umgehen. No-Mörf-in-Visitors. Ach, die heißen auf Englisch die Mörfins. Passt auf deinen Hintern ab. Ja. Gurgelroths Lieblingskrabbe Azabel wurde in der Tiefen gesägt. Ja, die hatte ich hier vor mir. Ich weiß nicht, ich bin doch. Ich bin tot. Ich will nicht sterben. Ich brauche den Kill. Ich brauche den Kill. Ich gebe mein Bestes. Nein, bitte tot. Abzieht. Ach. Das wird gemütlich. Die Krabbenauge müssen wir sammeln. Erlebig. Oh, ne blaue Waffe. Das geschieht dir recht, du verlumpfter Lumpfsack. Die Dach, die Krabbenauge ist Dach. Ich bin noch nicht fertig. Meine Fässer. Ich hab mal gesammelt. Die stinken, glaub ich, ganz schön. Nein, das ist meiner. Der Zehnagel eines... Ich kann ihn nicht angreifen, während ich... Das macht man aber nicht. Klatscherpilz. Und ich hab ihn verfehlt. Wo bist du schon wieder? Ich hab ihn noch gegen den Pilz gekämpft. Da war noch einer übrig. Denk dann, du hast auch Nahkampf. Die Zehnagel des Trolls. Ja. Sei auf der Hut, Fremdling. Du näherst dich der Höhle des Hass-Trolls, der nur als Katja bekannt ist. Katja, der Hass-Troll. Das ist Katja. Nicht Karen. Ich bin sicher, auf Englisch heißt der Karen. Karen, der Hass-Troll. Oder sie. Ich mein, eine Karen ist ein Hass-Troll. Das trifft schon ziemlich gut. Keine Munition mehr für das hier. Ich darf auch. Oh, ich hab einen Bonk-Stock. Ich hab ein Zehnagel. Ich hab all diese köstlichen Zutaten für euch. Großartig. Triff dich mit dem alten Lump und mir im vorgeschobenen Lager. Der Kessel ist vorbereitet. Ich halte den Kessel weiter am Kochen und Lummern. Kannst du gerne annehmen. Mögt ihr Metal? Äh, blöde Frage. Natürlich mögt ihr Metal, wer nicht? Also da läuft so eine Art kleiner, äh, Vans-Mettbewerb im Wald. Bei dem... Was hast du gemacht? Halb Bade? Halb Papa? Oh. Da war Spar. Es ist... Tor! Wir müssen nicht mit ihm reden. Wir machen jetzt erst mal unser Zeug hier fertig. Ihr müsst seine Aufmerksamkeit erreden. Wir machen erst mal unsere Quest hier fertig. Ich hab jetzt auch mal ein Bard Bar in Bados G3 gespielt. Ich hab da auch mal ein... ein Warn gestartet. Wir kriegen Besuch! Wir haben es mal versucht. Es spielt sich relativ gut in Bados G3. Ein Bard Bar war es relativ gut. Halte euch nicht zurück! Ja, Barbarden, die auf Buffen mit ihren Spells gehen, sind ziemlich stark. Jetzt sind wir mal die Spar. Im... Im... Im Kampf heilen ist halt... Es gibt nichts... Schlimmeres für einen Charakter als ein vollgeheilter Barbar. Hm. Und ein Barbarden kann sich selber heilen kann. Ja, Barbarden, der sich selber heilen kann. Das ist doch schon... Das ist schon nicht schlecht. Ja. Nahkampf ist gegen die übrigens ziemlich gut. Ich bonke sie grad aus dem Leben. Ich hab grad versucht, die mit der Sniper zu drücken. Das ist schon ein bisschen blöd. Nein. Macht nicht. Ja, außer es wären das die letzten. Fürs erste. Na dann los! Wirf die Zutaten für den Trank in die Suppe. Ja, so funktioniert also das Handeln. Ja. Ich hab dir ein Bullshit Buch gegeben. Und ich hab ein Schiffen dafür bekommen. Sehr schön. Ich auch. Ich auch. Das hab ich angenommen. Hm. Ja. 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 Das sollte dich in die optimale Position bringen, um das Tor für den Rest von uns zu öffnen. Shit. Ich hab dich angenommen. Jetzt bin ich gelockt. Jetzt hab ich... Ich hab dich an... Ich hab dich angeguckt. Ich hab dich zu. Du was hier... Ne Coo drückst. springt auf den pilz auf welchen den großen den offensichtlichen hinter dir hier umdrehen mein gott es gibt einen sehr offensichtlichen sehr großen pilz genau da du grad war umdrehen guckst jetzt glaube ich genau drauf neben dem kessel ach so der dort nein der will ich den kino oder was ja ich fliege sehr hoch ich weiß dann mal los da los männer wir müssen unsere heimat zurückerobern und meine so deutsch weil sie dort auf deutsch synchronisiert sind weil die klingen so wegen ziemlich wie ein österreicher nein klingt für dich alles was klingt für dich alles was synchronisiert ist diese eigentliche person hast du das nicht wir haben schon unsere heimat zurückerobern nein hast du das nicht daraus nein weil ich nicht alles politisch mache das ist doch eindeutig da tritt mich doch ein lumpf das sieht ganz schön übel aus brennt sich schon wieder falsch aber ich denke ich weiß was ich tun muss ich werde den kristall feuchern halte mir die blauen verbleiben und schon wieder kassen nahkampf gegner du kannst auch nah kämpfen und sie einfach weg und ich glaube 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 das ist ein bisschen du kannst die waffe auch wechseln das ist nun viele war sie schon immer und er ist tot und er ist tot und er ist tot jetzt wird in der 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 Oh, die Sterbe. Das ist völlig heilig. Es gibt Heilungszauber. Es gibt Zeug mit Lifestyle. Das war cool. Versuch's noch mal. Ich bin jetzt ganz woanders. Mach du mal den Kampf zu Ende. Kommst du auch rüber? Ich weiß nicht. Ich bin wieder ganz woanders. Bin am Hauptstelle jetzt. Oh, da mache ich ihn eben. Keine Ahnung, wo ich dazu gekommen bin. Guck auf die Karte. Mit M. Ach, da. Diese Macht hast du. Das ist ja, ähm. Er hat noch einen HP. Du darfst ihn gerne dann fertig machen. Wenn ich es auch mal hinschaffe. Du bist der beste kleine Seelenfresser. Du bist es. Und das ist die Garnis. Ja, bei mir auch. Am Ende der Winter ist voll. Das ist schlecht. Ein paar Sachen droppen vielleicht. Achtung, Spalte! Du hast gehört. Pass auf meine Spalte auf. Das ist ein violettes Schwert. Und der verdorbene Kristall gereinigt wurde, können wir Lymphe endlich anfangen, unser Leben wieder aufzubauen. Es ist eine Schande, dass der alte Lumpf das nicht mehr erleben wird. Die Trüffeljagd wird ohne ihn nicht mehr dieselbe sein. Aber du hast uns heute einen großen Gefallen getan. Ich kann dir gar nicht genug danken, aber ich hoffe, dass hier reicht. Okay, 47 Schaden ist gar nicht mal so gut. Mir hat nichts gebracht, der wird. Wir haben einen Raketenwerfer. Ich habe keinen. Doch, hast du bekommen. Den habe ich nicht aufgehoben. Durch die Quest. Ah doch, damit kann ich erstmal Level 11 aufheben. Aufheben. Ja. Ich auch. Ach, du bist noch nicht Level 11? Ich bin Level 10. Ah, dann haben wir uns wohl angegriffen, Spieler. Ich brauche nur ein paar EXP. Weil ich viel mehr Kämpfe gemacht habe in letzter Zeit. Wenn ich aber gleich, wenn ich einen noch besiegt habe hier, einen oder zwei Gegner noch, dann bin ich Level 11. Oh, ich sterbe wieder. Ich auch. Die Gegner sind anders gescalten, habe ich das Gefühl. Die waren gar kein Problem in meinem Durchlaufen. Da war ich dann der selbe Punkt. Tja. Scheint ein schwereriges Geld worden zu sein. Zu zweit. Das ist, weil du mit dabei bist. Das Spiel hat deinen Skill erkannt und hat dich. Hat es auf dich angepasst. Immer. Ein beschissenes Spiel. Aber ein anderes gibt's nicht. Ein Opfer mehr für den Seelenturm. Ja, gut, nächste Quest, ne? Ich bin noch wahrscheinlich 100 HP vom nächsten Level entfernt. Einfach mitkommen. Mit Shift sprintest du übrigens. Ich weiß nicht, ob du das nicht... Ich weiß. Nicht... Ja, ich wollte es nur sagen, weil du bist sehr vielachimert. Ich weiß, du bist sehr vielachimert. Mitkommen. Ich suche noch 100 Gegner. Ich weiß, was Freunde auf Japanisch heißt. Das ist die Lady vom See. Und das Claptop. Warum ist Claptop aus Holz? Sprich mit den Nachbarn der Linie am See auf dem See. Ja. Nachbarschaftsstreit. Hm? Hm? Ey, krasser Beat. Aber ihr müsst leiser sein. Und zwar viel leiser, okay? Was? Nun! Dieses Arzt mag unsere Musik nicht. Mach'n wir'n fertig. Versuch's nur, du Würstchen. Wir nehmen es nicht von frei. Ich bin so stolz auf dich. Oh. Ich muss das jetzt sofort wieder nutzen. Nein, ich hab' noch nicht gehört. Nein, es ist nicht sooo. Hör'n wir'n tofu. Nein, ich hab' noch nicht gehört. Geh' noch nicht. Ich hab' noch nicht gehört. Doch, nein. Hast du es nicht gehört? Hör'n wir'n weg. Hör'n wir'n weg. Oh, nein. Hör'n wir'n bezig. Zum letzten Wort war ein bisschen besser. Na gut, die Spielleitung ist ja auch irgendwie, keine Ahnung, 13 oder so? Ich hab keine Ahnung, wie Altina in dem Spiel ist. Ich weiß es nicht, ich weiß. Den Balllands 3 war wie so um die 19. Nice Level. Yay. So einstummen wird die der Wind. Oh, Zaubernate, wie? Na, du bist aber etwas ganz Besonderes. Hör zu, Schätzchen. Wenn du den Zauber willst, musst du zu diesem Trottel Mervyn. Der wird aber nur mit dir reden, wenn du das Schwert extra Kaliber trägst. Doch sei gewarnt. Es wird von Mervyn Slakai Lands bewacht. Hierfür braucht es einen starken Willen und Bizeps. Einen starken Bizeps? Sieh mal, Lady. Ich habe mehr Kraft in meinem kleinen Servo-Motor als du in deinem ganzen... Alles. Ich hätte sogar mein schwaches, dürres, unterernertes Knepplein könnte es mit dir aufnehmen. Oh, ist das so? Na dann mal los, du harter Knochen. Knochen! Knochen! Zu den Waffen! Schreck die Diener! Warum kann ich den Raketenwerfen noch nicht ausrüsten? Müsstest du, Kelly. Ich versuch's gerade. Gut, ich mache ihn jetzt halt in den Bosskampf, ne? Kann ich nicht. Haustiere sind einfach zu gut für diese Welt. Oder ich weiß halt immer noch nicht, wie man ein Waffen ausrüstet. Ist er... Sieht er noch gelockt aus in dem... Menü oder nicht mehr? Nein, er hat aber einen Strich durch. Sicher, dass du Level 11 bist? Ja. Ganz sicher. Oh, ein Baseball-Schnäger. Ja. Vorwärtsknochen! Zu! Extra! Kallibar! Und für Sachen, die ich mit dieser Lochzaubernate anstellen könnte. Obwohl, ich kann sie wahrscheinlich nur einmal benutzen, oder? Aber ich kann jederzeit methodisch damit herumfuchteln. Allein der Anblick sollte Erfurchtschrecken und einen Respekt hervorrufen, der normalerweise nicht selbst vorbehalten ist. Wird bei mir so ein rotes Kreuz durch. Jetzt könnte ich den, als wäre da noch... Als wäre kein Platz dafür da, oder? Zeig mal ganz kurz deinen Stream. Machen wir es doch einfach. Das ist das Endloch, aber ich kann es irgendwie... Der ist irgendwie... Der ist so eine rote Narbe durch. Ja, ist verbuggt. Ist verbuggt. So soll es nicht aussehen. Weil ich müsste eine Sache fallen lassen. Probier es mal. Weil ich habe Ursache 41 und 42 gerade gehabt. Ah ja. Dann nachts. Das war das 43. Item in meinem Inventar. Dann... Ah ja. Sehr schön. Ja, gut. Nächster Kreis. Nee, der kann was. Das ist vielleicht eine vernünftige Waffe jetzt. Der ist ganz cool, ja. Der habe ich auch eine Weile benutzt. Oh, jetzt ist es mir uff. Ja. Verdammt... Uff, jetzt ist es noch als... Ja. Verdammt. Gut. Eine lachs... Wie lange wollen wir heute eigentlich spielen? keine ahnung die eine quest noch und am ende ist erst 21 uhr deshalb frage ich du hast gesagt dass du das du noch was vorbereiten und vorzubereiten hast deswegen frage ich ob du noch ich kann ich kann prinzipiell die ganze zeit wird halt dann streffig morgen ja für mich ist gut also bis morgen nur noch ein bisschen spielen keine pause und dann auch noch 23 uhr würde ich noch mal doch sei gewarnt und zeige mut beweise dich in könig auf den pilzhut du musst mich vom pilzhut stoßen um die brücke zu passieren okay stößt die mal vom pilzhut äh schmetterangriff weißt du wie gehen ja wie komme ich da hoch mit den pilzen ganzen level sind sprungpilze hier altas lecker hat bei mir so hart hier ich bin jetzt auch klar nein ich glaube ich muss mal ganz kurz meinen browser schließen ich bin doch so gelassen gerade weg ich bin ein bisschen sub ja ja okay nein habe ich auch wieder ein schwert ich weiß schon was wir können keine munition mehr und ich mache wieder ein bosskampf allein ich bin mit aufholen ah shit alter das liegt so hart gerade Oh, ich will da nur grüne Waffen. Schau. Aber guck auf die Werte, vielleicht sind sie besser als die, die du hast. Nichts Gutes bei. Okay, der hat einen guten Schaden. Ich bin natürlich von Claptopress. Der Extra-Kalibar. Mhm. Der Driebmesser. Er wird die meiste Stärke. Keiner. Mitzieht die Scheiße aus dem Stein. Und wird nur... Ich bin nicht von England. Das für eine Zockerei ist das. Oh, Moment. Ich erinnere mich an einen anderen Teil der Legende. Nur eine Hand aus edlem Geschlecht macht es dieser Waffe weg. Wir brauchen den König. Zum Glück, wenn ich hier auch vorbereite. Knoppel, nimm diese aufgezeichnete Vorladung und bring ihn zu mir. Nimm die Beschwerung. Jetzt bist du so ein Beschwerung, so, um das zu lösen oder was. Nein, wir müssen einfach nur vorhin gehen und dann wieder Dinge machen. König Arscher müssen, Arscher müssen auf den Öl. Ja. Ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, aber der ist Bogenschütze. Ach, was? Das kommt jetzt überraschend. Ja, ich weiß. Ich hab auch gedacht, dass der eher Bürokrat ist, bei dem Namen. Hm. Dass das auch ein Schiff kippt, man ist. Nein. Apropos, äh, ich habe gelernt, wie F's Pikachu offiziell heißt. Mhm. Weißt du das auch? Wie haben Namen? Ja, laut Manga ist es offiziell Jean-Luc Pikachu. Ja, ich hab's nachgeguckt, das ist tatsächlich los. Das ist fantastisch. So leicht kann man mich nicht aufhalten. Oh, scheiße, der will. Das lässt du auch den Granatenwert vertragen. Ja, hab ich jetzt auch vor. So, wo ist jetzt der Raumschiff-Kleppton? Da oben. Und maximal Intelligenz. Schön. Hey, du König. Ich hab hier ne Vorladung mit deinem Namen drauf. Sinngemäß. Ich kann mich nicht an deinen Namen erinnern. Du warst es, meinen Hof zu betreten und mich vorzuladen? Mich, König Archer, Herr des Reichs und Glieder über diese hölzernden Hallen? Nun, du, was auch immer deine Aufgabe sein mag, ich nehme sie an. Aber wir müssen uns an das königliche Protokoll halten. Darum sage noch schnell, was du zu sagen hast. Ich, selbst, Leprack, hatte hier mit König Archi den Ersten, seines dummen Namens Frucht. Denn obwohl seine Schocken-Kleppton im Vergleich zu meinen schweren Kolben erblassen, muss er seinen Verbünden hinterher stehen, um extra Kaliber für mich auf diesem Felden zu ziehen. Ende der Durchsage. Ich dreh diesem Roboter den Hals um. Ich habe genug gehört. Stirb jetzt. Dritte mal den König. Jo, der kommt jetzt. Übrigens, wenn du C drückst, der andere Modus ist nicht cooler für den Raketen-Laffer. Ja, ich habe keine Munition mehr für den Raketen-Laffer. Ich auch nicht. Ja, mit dem anderen Modus schießt du also ein Weckkrieg. Kraft-Laketen-Laffer. Ich kann gerade gar nicht mehr schießen. Ich habe doch da, weil uns hier wieder voll. Oh, wie tut er immer. Ich kann ihm nicht viel anhaben. Ich kann auch hier. Das ist mein Klappfress und wir haben auch ein Klappfress! Herzvoll! Der König ist tot! Heißt das, du bist jetzt König? Wahrscheinlich nicht! Die Wegende sagt, wir brauchen nur eine Hand! Also, schmack dir, was zum König übrig ist und kommt zurück! Das Abendfeuer warte! Bring sie her, damit wir endlich dieses blöde Schwerk holen können! Oh, ich hab eine 80er Waffe! Schön! Punkte wertmäßig oder? Zum Schaden! Okay! Ist zwar weiß, aber... Ich meine, wenn es klinge... Ja... Als Schusswab wäre es jetzt nicht wirklich etwas Besonderes. Jetzt mal 72... Naja... Können wir sie jetzt endlich ziehen? Gut gemacht! Und jetzt umpasse die Hand und zieh das Ding ab! Ist ja schon... Wir sind doch der König von England! Wir sind doch der König von England! Der war verpackt! Ja, er war verpackt! Der wäre eigentlich beim Schwert gestanden! Hey! Ich hab mehr Wettsteufe! Klasse, zu dir! Unsere Mission geht weiter! Da klappt schon jetzt Excalibor. Ja. Er macht die Gestützen. Es ist schon wie ein Claptrap. Das war jetzt mit dem Helder hier. Das heißt Meluna. Okay, das war gut. Hm? Das Passwort war Tritt ein. Das war nicht schlecht. Sprich Freund und Tritt ein. Das war... Das Passwort war Tritt ein. Ich hab gesagt, ich bin der Wettbewerber der Ringe. Bist du schon, bist du ernsthaft schon tot? Nur wenn man sterben. Bis später tot. Und tschüss. Auf nimmerwiedersehen. Das passiert doch regelmäßig. Nur wenn man im sterben ist, muss das nichts heißen. Jetzt bin ich tot. Mach mal nicht. Oh, da liegt eine goldene Waffe. Was? Sah zumindest so aus. Ist es nur ein Skin. Muss ich mal gucken. Ich bin daneben gestorben. Ich bin nicht jemand, der der Lochzaubernate würdig ist. Ich weiß bloß nicht wo. Ähm. Du musst die Waffe finden. Wo war die? Bleib mal dort. Ich bin immer dort. Dann komm ich mal zu dir. Das sah im Augenblick wie eine goldene Waffe aus. Könnte auch ein Skin gewesen sein. Ja, ich bin daneben gestorben. Ich weiß es halt nicht. Ja, schon, vielleicht ist das eine. Und ich frage, wie ich hinkomme. Hier vielleicht hoch. Ganzer Weg. Ja, ich geh bei den Pilzen lang. Ja, ich beobachte dich auf der Karte. Genau. So, wo bin ich gestorben? Du bist stark, ja. Aber nur jemand, der wahre Weisheit besitzt, ist in der Lage, ihre große... Ist nicht schon aufgehoben? Ich bin mir sicher. Ich habe keinen. Ich kann dein Zeug nicht aufgeben. Okay, wo bin ich gestorben? Ich glaube hier irgendwo. Ja. Bei der Meinung. Dann war es ein Skin. Ist ne Weißung, wie es ne... In meinen Axt besiegt so eine goldene Axt. Ich weiß nicht, ob es Schnellkampfwaffen gibt, die legendär sind. Leere dich dem echten, Merwin. Und die Lochzauberleute gehört dir. Oh, oh, das ist leicht. Denn der Täter da drüben steht. Sieh ihn dir nur an, wie er so selbstfällig dasteht. Ihr verheimlich steht in den Tiefestern. Ja, mach mal. Ja, mach mal. Ja. Näher dich dem echten... Nervin ist der Zauberer. Näher dich dem echten, beziehungsweise näher dich dem, wo Claptrap will, dass du hingehst. Ach so. Und der hier. Haha. Wir sind vielleicht runtergefallen. Wir sind vielleicht gleich bis bei den anderen schloten Knacken zurück. Wir sind vielleicht runtergefallen. Ich weiß, der falsche war. Ja, ich komme jetzt wieder weg. Ich bin denselben Weg wie eben. Naja, entweder das oder du wärst halt über die Pilze gegangen. Aber die... Kann dein Auge ja anscheinend nicht sehen. Ne, ganz wunderschön. Ich bin ganz wunderschönig. Sag das so. Ja, und spring mal auf den lustigen Pilzen, die dich direkt hochgebracht hätten. Ne? Hm. Du musst auf... Du musst echt anfangen auf deine Umgebung zu achten. Ja. Gibt's einen Pilz. Ja, schön. Dich auf der Karte, das ist immer lustig. Sind nicht die Pilze da. Geh einfach weiter. Ja. Genau. So. Und jetzt. Ich bin bei dir. Ja, und jetzt gehst du zum zweiten. Ja. Ich bin im Gefängnis. Ja, ja. Ich bin im Gefängnis. Ich bin im Gefängnis. Weil das ne coole Sequenz ist. Ich bin im Gefängnis. Ich bin im Gefängnis. Ich bin im Gefängnis. Für den Fallen, dass ich eine eigene Hölle entkommen muss. Hörst du dich? Kann das sein? Die, äh... Zeig umbundenen una grauen Ebenen bis ... Und wirklich, sie dachte ... Die wäre einfach einfacher. Ich dachte, die wär das nicht aus. Sag mal, kannst du mir das ab? Das ist ein unfertig entwickeltes Spiel oder was? Naja, es ist zumindest eine Anspielung daran. Du hast die Macht der Lochzaubernate zu benutzen. Jetzt musst du den Preis für deine Versagen zahlen. Lochzaubernate. Und jetzt müssen wir ihn besiegen. Jo. Oh, ich habe wieder Schuss für den Granateleiter. Jo, super. Jetzt geht's rum. Eins? Oha. Wieder eine Rüstung. So scheinbar was können. Du bist nicht würdig. Das ist erwäßlich als fairer Gästner, aber am Ende liegt dir der mächtige Star Club Tramp. Jetzt schnapp dir den Zauber, damit wir von dir abholen können. Ja. 67, 61. Joa. Ich habe eigentlich nur eine Rüstung ausgerüstet. Ich habe eigentlich nur eine Rüstung ausgerüstet. Du musst mal Waffen loswerden. Mhm. Ja. Ja, ne, ganz nicht. Spricht mit Capture. Wird ihn dann bei sich los, oder? Ja, das ist der einzige Bequest mit ihm. Ich werde ihn später so oft besiegen, bis ich was wirklich Gutes bekomme. Hab prinzipiell Spaß damit! Mhm. Jo. Äh, wir haben... Das heißt, ich würde einmal ganz kurz zur Stadt gehen, wenn du nichts dagegen hast. Mit dem Baden müssen wir als nächstes sprechen. Ja. Wobei wir machen erstmal die Metal-Quest, weil die hat noch eine Quest-Reihe, wo man Gebiete in der Stadt freischalte, die müssen wir eigentlich machen. Ja. Dann würde ich mal vorschlagen, mach mal eine kurze Pause und dann... Danach machen wir an der Stadt weiter. Ja. Ich mach mal hier die Tür hoch und machen das mal ein bisschen kalte Luft rein. Weil der PC ziemlich aufheizt hier. Wie kalte Luft. Und machen wir einen Kaffee und dann... Hallo, du musst einfach... Du musst einfach eine schweißbetriebene Wasserkühlung in deinen PC einbauen. Hm. Da hab ich letztes Mal was gesehen. Irgendwie war das irgendwie mit Marmelade irgendwie... oder mit Honig hatte irgendjemand versucht, den PC zu kühlen. Das ist dann... Das geht. Weil die sich irgendwann erhitzt und verflüssigt, aber die Marmelade aber... wird halt... irgendwann stinkig. Du kannst das auch mit deinem eigenen Blut kühlen, wenn du das unbedingt willst. Was war das? Ich glaub Marmelade war das so. Hast du Cutter-Spiel beendet? Nee. Cool, ich bin rausgeflogen. Bei mir hat's auch ewig gedauert. Kannst du dem Spiel ja nicht länger beitreten. Hast du mich gebannt? Nee. Du hast mich gebannt, glaub ich. What the fuck? Bist du im Spiel? Ich bin im Spiel. Oder bist du meine Ladisqueen? Cool, ich versuch mal beizutreten. Du kannst diesem Spiel ja nicht länger beitreten. Offline-Verbindung. Ich bin auch offline. Sehr schön. Ich guck mal, ob dein Stream noch on ist. Das ist fantastisch. Ich spiele es jetzt in dem Player weiter. Dein Stream ist noch on. Ja, aber so, das Spiel ist offline. Ich hab dich mal eingeladen. Offline-Verbindung. Du bist momentan nicht verbunden. Die Einstellung deiner Online-Verbindung verhindern, dass du die Funktion dieses Bildschirms nutzen kannst. Startet du das Spiel mal neu. Okay, ich wende das Spiel mal gerade. Ja. Gut, ansonsten Lust auf Raft. Oh Gott. Das ist doch nicht wahr. Was ist denn gerade passiert? Was ist denn gerade passiert? Keine Ahnung, ich bin im Ladisqueen rausgeschmissen worden. Ich ging auch ewig im Ladisqueen. Was denn? Ja, cool. Ich mein, bei mir war es auch heute super laggy bei dir auf dem Quasi-Server. Ja, warte. Ich beende das Spiel. Warte mal, dann können wir mal nachgucken. Komm, Spiel verlassen. Netzwerk-Feder. Um diese Funktion zu nutzen, müssen alle Spieler mit dem Gamebox verbunden sein. Okay. Okay, ich fahre das Desktop. Mal gucken, was Steam sagt. Okay, ich mach mal den Pausenscreen an und dann gucken wir mal. Mhm. Machen wir auch gleich die Pause dran. Man wollte mir sowieso, aber... Wie dumm sind wir endlich. Ich... Ich... Man... Hätte... Hätte am... Hochklettern können... ... sich da drauf stellen und dann da drauf. Neee, aber... Nee, das wäre zu leicht. Ist so einfach dann ja nicht. Jetzt gehen wir den ganzen Weg zurück? Hm. Nein, das machen die ernsthaft, oder? Oh mein Gott sind die Die beiden brechen aus Wollen wir nicht gleich doch drunter Ich fass Den ganzen Weg Doppelt zurück Das ist überhaupt nicht auffällig oder so Wie auch das Endeffekt klappt Sonst vielleicht mal drüber nachseitig Ja ganz ehrlich Ich glaub der Plan 100 Liegestützer am Tag machen Und dann einfach die Wand einreißen Mit der Pause sinnvoller Dann lauf und springen über die Mauer An einer niedrigen Stelle Wenn der Wind ins dich steckt Hallo Warum sagst du denn nichts Viermal so Ich will dir davon nicht abraten Wenn es nicht klappt Solltest du es vielleicht als Signal werden Vielleicht gehörst du dann gar nicht Auf die andere Seite der Mauer Das fühlt sich schon irgendwie gut an Einfach auf die zuzugehen Und sie einfach mit einem Schuss Loszuwerden Wie wirft man eigentlich Dynamit Du zündest es an Und dann drückst du linke Maustaste Wie zündet man das an Mit L Du sollst es nicht zu lange in der Hand halten Nee irgendwie klappt das nicht Aha Okay Und linke Maustaste Ich glaube ich trockne mir auch ein paar Arme und Beine Ich meine warum nicht Oh nein Ich habe gerade eine Dynamitstange gerade Gerade nach oben in die Luft geworfen Deswegen habe ich auch nein gesagt Ja ja Das sollte man vielleicht nicht machen Das habe ich auch schon getan Ja ich meine wir haben eh unbegrenzt Dynamit Von daher Warum solltest du es nicht tun? Ja natürlich Ja Das ist die Grundsatzung. Ein bisschen mehr Frank gefühlt in der Stimme. Gute Nacht, Taylor. Lovegood. So gut spricht das so, jetzt würden sie dir was bedritten. Jetzt bin ich nur kurz drin. Oh, das ist der Glitch. Jetzt habe ich es unbewusst gemacht. Wie kann ich euch mal zeigen? Damit kann man etwas, was vom Spiel gar nicht vorgesehen ist. Ich kann hier mal landen. Schaut mal wo wir sind. Der Griff von der Gemeinschaftsraum. Der Griff von der Stabsdeter, um genauer zu sein. Ein paar von dem Griff von der Gemeinschaftsraum. Haben wir uns reingebracht. Ich hoffe, wir kommen hier noch raus. Wir haben jetzt sogar Flopulbe gefunden. Können wir jederzeit hier hin oder was? Das ist fantastisch. Schaut euch kurz. Schaut euch hier um. Der Griff von der Gemeinschaftsraum. Sie als Hufflepuff hier immer sein würde. Freiheit. Die Stabsdeter. Bis draußen ist deinem Genst. Es muss doch irgendeinen Hinweis darauf geben, was damals wirklich passiert ist. Und etwas, was meinen Vater entlastet und Dr. Marcelles falsches Spiel aufnimmt. Auch gut. Dann muss ich nur noch wissen, wo genau das Haus ist. Und wie man dieses Ding hier fährt. Ich habe immer gefragt, ob du überhaupt Auto fahren kannst. Wo bin ich? Was ist passiert? Es gab scheinbar eine Art Unfall. Harvey? Harvey? Geht es dir gut? Ich bin okay. Dir passiert nicht so schnell was an deiner Dirmelsäule aus Frotte ist. Aber wir haben ganz viele Sachen verloren. Nein. Ich habe schon ein frecher Post. Das kriegt ja auch nicht. Nein. Da bist du unten sein Betafler und Ketchup und so weiter. Nein. Ich habe gar nichts gemacht. Aidenwall. Er wollte mich nur beschützen. Er wollte... Wir erreicht es jetzt wirklich mit deinen Ausreden. Nein. Nein. Mit wem. Welts denn? Welts denn? Welts denn? Der Scheißvater. Hier in der Zimmer. Ja. Wirst du deinem Kind nicht wehtun. Was für ein nase Vater. Mit diesem Drogen, mit dem ist das... Mami. Ich habe Angst vor dem Monster. Mami. Sie wollen mich holen. Schätzchen du weißt doch Monster gibt es nicht. Ich lass das Licht an und die Tür auf, ja? Komm, schlag jetzt Süßer. Halt's Maul! Lass mir bitte eine Minute filmen. Ja, gib dir, gib dir. Wunder Zeit mit dir. Halt's Maul Arsch. Halt's Maul Arsch Gesicht. Komm, geh, lass uns gehen. Oh ja, ich darf. Mist Sack. Ja, höll doch nicht rum. Das ist kaum angefasst. Ja, das ist gut. Ja, vom Dissteh. Ja, das ist gut geworden. es sieht so aus als ihr nicht ganz die attraktion seid mit ihr euch haltet ihr seid nur drei absolute dummköpfe in einem großen kno-bar haben sie in der zeitmaschine verpflanzt du musst sie überwältigen wir haben nicht gerade entdeckt die kommen jetzt gerade zu mir raus hier ich bin aber auch draußen draußen ich bin bei dir draußen modi oh mein gott was das auch eine idee ich habe ja mit die flinte abgenommen das ist der alter mann weggerammt und hat die kanone geklaut und jetzt holen wir uns nicht werde haben wir noch ein paar kauer hüte das war ein alter mann natürlich habe ich die flinte geklaut ich habe eine flinte aus ok neue klamotten ohne nähmaschine ein platten spieler ich habe mein ziel erreicht die haben cowboy hüte oh nein ich kriegste das bild wundervoll wo sind cowboy hüte auf dem bild oh klamotten aber wir können uns umziehen wir sind schrank zum umziehen ich sitze ich zieh mich um ja ich komm gleich kann ich auch was mit dem bild machen ich will es auch noch verunstalten ich habe eine klamotten angezogen oh mein fucking gott ich hatte recht jetzt zieh du mal deine heftnicks kleidung aus ja ja sofort was hast du getan flamig schuld def trash my game wir müssen jetzt machen legend of the secrets von dem ist halt leider viel zu realistisch es ist halt leider viel zu realistisch aber viel zu für wie ist das für 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 isther wir haben ein bisschen zu bedarf Das ist die beste Sache, als du hast. Wie kann ich es dir erklären? Es ist wie eine Runde, aber wir haben es nicht gesehen. Lass uns diese Dimension erst einmal versuchen. Du wirst nie wissen, es könnte kontaktuell sein. Starten wir das Spiel. Äh, es ist kein Spiel. Was ist das Problem? Der Headface könnte... Das ist... Entschuldigung. Anwendung Zugriff auf deine Fotos, Dokumente, Wandel, Konten und den haben sie kurz erwarten. Mitverlösen. Bestimme den Geschäftsbedingungen zur Artikel als Nutzung der Dienste. Der User bestätigt alle Regeln für die Nutzung der Spieldienste. Die Geschäftsbedingungen zu stimmen. Wenn es besonders stimmt, eher zu... So viel sein Geld, wie möglich für Kosten auf die Spurenbeidung zu geben. Seine Erbe zu versch... Verschleiter... Abenteuer... Blablabla... Ich habe den Vertrag in den Kriegbestimmung gelesen und mir ein Blablabla... ...gezeichnet zu. Auf jeden Fall. Ich habe gewonnen. Das habe ich wirklich nicht gemerkt. Tja... Wie lange wollen wir das hier noch spielen? Ja... Aha... Also 22.30 Uhr kommt heute, schau, die würde ich gerne gucken. Bis dahin... Ne... Bis dahin haben wir Zeit. Noch ein paar Stunden. Heute lange Nacht. Es sind noch ein paar Stunden. Noch ein hübsches Muster draus. Sind wir so kaputt, dass wir da wirklich jetzt ein Muster draus machen? Ich weiß nicht. Wie dumm sind wir eigentlich? Ich meine, man hätte da hochklettern können, sich da drauf stellen und dann da hoch, aber... Ne, das wäre zu leicht. Ist zu einfach. Das macht man ja nicht. Und jetzt gehen wir den ganzen Weg zurück und klauen einen Sperromschlüssel. Oh nein, das machen die ernsthaft, oder? Die gehen wieder zurück. Oh mein Gott, sind die... Und die beiden brechen aus. Ausgerechnet die beiden. Wollen wir nicht doch drin bleiben? Ich glaube, es wäre sinnvoller. Also... Dann lernen die vielleicht doch was. Jetzt den ganzen Weg doch mal zurück. Das ist überhaupt nicht auffällig, oder so. Wie aus Entner bricht aus, um Entner bricht aus zu zitieren, du kannst es natürlich versuchen. Aber wenn es nicht klappt, dann... Sonst vielleicht mal drüber nachdenken, ob es vielleicht die richtige Seite hier für mich ist. Ja, ganz ehrlich, ich glaube, der Plan 100 Liegestützer am Tag machen und dann einfach die Wand einreißen mit der Pause ist sinnvoller als das. Dann lauf und springen über die Mauer. An einer niedrigen Stelle. Wenn der Wind ans dich steckt... Hallo? Warum sagst du denn nichts? Sagen wir mal so. Ich will dir davon nicht abraten. Wenn es nicht klappt, solltest du es vielleicht als Signal erwärten. Vielleicht gehörst du dann gar nicht auf die andere Seite der Mauer. Tja... Das fühlt sich schon irgendwie gut an, einfach auf die zuzugehen und sie einfach mit einem Schuss loszuwerden. Wie wirft man eigentlich Dynamit? Du zündest es an und dann drückst du linke Maustaste. Wie zündet man das an? Mit L. Du solltest es nicht zu lange in der Hand halten. Nee, irgendwie klappt das nicht. Aha. Okay. Und linke Maustaste. Ich glaube, ich trockne mir auch ein paar Arme und Beine. Ich meine, warum nicht? Oh nein. Ich habe gerade eine Dynamitstange gerade nach oben in die Luft geworfen, deswegen habe ich auch nein gesagt. Ja, ja, das sollte man vielleicht nicht machen. Das habe ich auch schon getan. Okay, hier müssen Beine ran. Man, das Baum fällt mal ein bisschen leichter. Ja, ich meine, wir haben eh unbegrenzt Dynamit, von daher. Warum solltest du es nicht tun? Ja. Ja, natürlich. Ja. Diese Grundsatzung. Ein bisschen mehr Frank gefühlt in der Stimme. Ja. 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 Jetzt bin ich noch kurz drin. Oh, das ist der Glitch. Jetzt habe ich es unbewusst gemacht. Vielleicht kann ich euch mal zeigen. Damit kann man... ... etwas, was vom Spiel gar nicht früher vorgesehen ist. Ich komme hier mal landen. Schaut mal, wo wir sind. Die Grüfe von der Gemeinschaftsraum. Die Grüfe von der Stabsdeter, um genau zu sein. Ein paar von den Grüfe von der Gemeinschaftsraum. Ja. Die haben uns reingemacht. Ich hoffe wir kommen hier noch raus. Die Menschensraum von Grüfe von der Gemeinschaftsraum. Ich habe jetzt sogar Flogölber gefunden. Da können wir jederzeit hier hin oder was? Das ist fantastisch. Schaut euch hier um. Die dürfen nur Gemeinschaftsraum. Sie als Hufflepuff hier immer sein würde. Freiheit. Bis draußen ist am Standort. Es muss doch irgendeinen Hinweis darauf geben, was damals wirklich passiert ist. Und etwas, was meinen Vater entlastet und Dr. Marcelles falsches Spiel auflegt. Auch gut. Dann muss ich nur noch wissen, wo genau das Haus ist. Und wie man dieses Ding hier erfährt. Na, zwar. Hat niemand gefragt, ob du überhaupt Auto fahren kannst. Wo bin ich? Was ist passiert? Es gab scheinbar eine Art Unfall. Harvey? Harvey? Geht es dir gut? Ich bin okay. Dir passiert nicht so schnell was, wenn deine Dirbelsäule aus Rottee ist. Aber wir haben ganz viele Sachen verloren. Nein. Nein. Ich habe schon frächer Pust. Ich habe schon frächer Pust. Ich habe schon frächer Pust. Nein. Das ist unser Betafel und Ketchup und so weiter. Nein. Nein. Wir haben diesen Jungen gemacht. Wille. Ich habe gar nichts gemacht. Aidenwald. Er wollte mich nur beschütten. Er wollte... Wir erreicht es jetzt wirklich mit deinen Ausreden. Nein. Mit weg. Damit doch auch. Mir fehlt es dann. Dann hab ich ja gegessen. Er ist ja nicht. Das ist alles. Der scheiß Vater. Willst du dein Kind nicht wehtun? Was für ein neuer Vater. Die Strom, die du jetzt hast. Nein, wofür sind alles, alles blau. Das muss kein Wieschen. Oder hier. Du bist das zufrieden. Mami! Ich habe Angst vor dem Monster. Mami, sie wollen mich holen. Schätzchen, du weißt doch, Monster gibt es nicht. Ich lasse das Licht an und die Tür auf, ja? Komm, schlag jetzt, Süße. Ruhiggezogen. Okay. Oder? Oh, ich bin tatsächlich rausgezogen. Du bist wieder rausgeflogen, sehr schön. Will ich dich wieder einladen? Ich bin einfach wieder zurück. Beziehungsweise, ich kann einfach wieder rein. Theoretisch zumindest. Ich habe nochmal eine Einladung geschickt. Ja, dünnes Eis habe ich heute Vormittag mal durchgespielt. Und habe das einfach, habe das um 20 Uhr heute auf YouTube geladen. Ähm, habe ich mir gestern Abend noch gekauft, heute aufgenommen und rausgehauen. Oh, hier ist ein, im Brunnen ist ein Würfel. Ja. Äh, apropos rausgehauen, äh, ich bin nicht Teil von deiner Gruppe. Offensichtlich. Das bist du nicht. Ich komme nicht rein in dein Spiel. Ich habe dir doch eine Ahnung geschickt. Ja, cool. Verbindung fehlgeschlagen. Ach. Komm schon. Versuch's nochmal. Bei mir steht auch Karte ausstehend. Vielleicht müsste ich noch einen Karte erstellen. Einladung. Gut, Moment. Ich habe gerade eine Einladung geschickt nochmal. Ja. Nichts Zeug im Brunnen. 62. Ich schicke ich hier dringend der Stimme. Ich starte einfach nochmal das Spiel. Mach's, bei mir läuft's jetzt. Ja, cool, bei mir halt nicht. War's doch eben schon drin. Ich weiß. Ich meine, gut, zwischendrin hat mein Internet kurz versagt, aber trotzdem. Kritische Zaubertreffer-Chance. Bitte nahekampfscharren. Okay, ich musste über das Shift-Menü gehen, aber es geht. Na, Bombenz-Spiel sind irgendwie ein bisschen... Weird, ja. Du wolltest über Dünes Eis reden, wie es dir gefallen hat. Sehr, sehr gut. Ist ein kurzes Spiel. Dauert anderthalb Stunden bis knapp zwei Stunden, je nachdem, wie viel man Zeit sich lässt. Wenn du nochmal alles mit allem kombinierst, nochmal zurückgehst und nochmal Backtracking machst, kannst du da... Ich hab so knapp 1,45, 1,50 gebraucht dafür. Ist da so... Also, ist nicht wirklich lang, ist ein sehr kurzes Spiel, das hast du schnell durch, aber... Das ist ja auch nicht wirklich... Das ist ja auch ein... Einerseits kostet es vier Euro. Und ist auch nicht... Ist auch so alt... Ist es... Das Spiel sagt dir jetzt nicht, dass es wirklich ein... Es verkauft sich auch als Musikvideo, als interaktives Musikvideo. Es ist mehr als ein Musikvideo, weil es kommt... Die Musik kommt nur in zwei, drei Cutscenes vor, also... Ja, das fand ich auch probiert. Ich hab erwartet, ich hab erwartet, dass du wirklich, dass du dich während des Tracks irgendwie durch die Wegegegend bewegst. Ja, wobei, das kannst du nicht als Adventure gut umsetzen. Warte mal ganz kurz. Äh, es ist... Ich find's, es ist ein schönes Netz-Klänz-Adventure. Das ist ein... Oh, Gönne Waffe. Ja, Großbogen. Ähm... Das ist der eine Random-Drop, den ich, äh, bekommen hab. Okay, was kann die Waffe? Es ist ein Sniper. Deren Eigenschaft ist... Sechsenbrissen mal sieben Schaden. Okay, das ist jetzt... Das ist ziemlich stark. Das ist ziemlich stark. Ähm, die Eigenschaft ist aber, dass ich einen super krass starken Schuss hatte, den ich verspendet hab, weil ich nicht wusste. Ich wusste, dass die nur einmal tatsächlich funktioniert und dass sie, bevor sie benutzt wird, unfassbar wertvoll ist. Okay. Ja. Gut. Ich werd's ja benutzen. Dingens. Hast du das auch schon gespielt, das Spiel, oder? Was? Äh... Das Spiel gespielt hat, oder zumindest dafür genötigt wird, dass der... Nee, der hatte das, falls es raus war, direkt gekauft. Okay. Ich dachte mir, ich dachte mir nur die ganze Zeit, wenn... Ich hab gesehen, dass der streamt, an dem Tag, wo es geliefert wurde. Ich hab mir gedacht, wenn der das... Ich hab mir gedacht, wenn der das nicht spielen will, dann... Dann gibt's doch jetzt... Dann gibt's doch jetzt 100 Leute im Chat, die die nerven. Spiel mal das Spiel, 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 spiel und so. Nee, das gab's danach mit Dread Delusion, weil er sich nicht aufs Spiel einlassen konnte. Er hat wahrscheinlich irgendwie so ein kurzes, lustiges Ding erwartet. Es ist halt ein Full-Length-Retro-RPG. Das kannst du halt nicht in einem Stream mal kurz anspielen. Hat er auch selber gemeint dann. Das fand ich ein bisschen schade, weil ich mag das Spiel sehr gern. Und wie hat's gerade umgefallen? Ach so, dünnes Eis, äh... Wie immer super. Ich find's halt wirklich... Es ist halt ein schönes... Es ist halt wirklich eine... Katapultiert einen wirklich zurück in die... Harvys neuer Augen, Edna bricht aus, Zeit. Also für... Für Fans der... Der alten... Der alten Deadly Games ist das wirklich... Ist das ein... Ein kleines, nettes Pralinchen. Es ist halt wirklich... Ja, es ist nicht viel, aber... Es ist... Für das, was es ist. Heute ist... Es sind halt auch nur sechs Wochen Arbeitszeit gegeben, ne? Das willst du dir doch nicht entgegen, oder? Oh, das wusste ich nicht, also für sechs Wochen Arbeitszeit ist das echt extrem geil. Ja, das hat er bei... Beim Interview bei Orkenspalter gesagt. Aber du, das... Das sieht echt, das ist schon... Wow, okay, das ist für sechs Wochen, ist das schon... Ich hätte jetzt... Ich hätte da Jahre für geschätzt. Und das wäre schon, das war schon... Nee, angedacht waren zwei Wochen, aber er ist ein bisschen raus gewesen und hat ein paar Fehler gemacht. Das ist halt... Du, dann soll der mal ein richtiges Spiel machen, das ist klar. Weil das Ding ist... Uff, das ist da... Das ist... Das ist besser als Musikvideo, als... Ach so, ich schließe die uns in deinem Pelz. Ich bin blöd. Ich weiß. Ja, das kann ich nur empfehlen. Also, es ist... Ich verstehe, dass man es... Ich würde es nicht als Adventure an Preisen bewerben, weil... Dann... Dann erwartet man ein richtiges Spiel und für ein richtiges Spiel ist das... Nicht lang genug und nicht komplex genug. Das Ding kostet vier Euro, da erwartet niemand ein Spiel mit 60 Stunden. Ich glaube, in der Steam-Beschreibung steht drin Playable Teaser. Ich glaube, das ist die beste Beschreibung dafür. Das ist ein Playable Teaser für ein Adventure-Game. So würde ich das beschreiben. Es wäre ehrlich gesagt sehr lustig, wenn sich dann rausstellen würde. Hat ihnen Spaß gemacht. Die machen jetzt einfach für jeden Song, den sie rausbringen, sowas ähnlich. Und bringe ich das dann als voll längeres Spiel, einfach als Anthologie raus. Du, die Steam-Community-Seite ist voll davon. Die reden alle davon, bitte mach mehr davon, bitte, 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 manche wollen ein längeres Spiel davon, manche, also jetzt dann... Aber ich muss sagen, ein längeres Spiel sehe ich auch nicht wirklich. Ich sehe es, also ich wünsche es mir, aber es ist... Bleiben wir mal realistisch und... Die sind erst raus aus der Blick und er macht jetzt seine Band und entwickelt keine Spiele mehr. Und das ist da jetzt ein ganz vollwertiges Spiel zu erwarten. Schraubt mal eure Erwartungen ein bisschen zurück. Aber das ist da... Das ist zukünftig noch ein paar andere... Noch eine Reihe von anderen Spielen zu Songs geben würdest du... Heureate reich, sagt meine Mutter. Das wäre eine Idee. Ja, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass die das machen immer mal wieder so ein paar Einzelne rausbringen, dann ein paar exklusive für ein größeres Ding und dann halt einfach so 20 von den kleinen Dingern irgendwann zusammen als Anthologie packen und das dann komplett auf dem Verkauf. 4 Euro ist dann ein vernünftiger Preis für, finde ich, das ist dann... Und warte, bis meine wahre Liebe mich aufweckt. Ja, absolut. So geht Liebe doch, oder etwa nicht? Ich finde es auch... Ich finde es auch richtig, ist... Du hast da eine anderthalb Stunden Spielspaß und... Und du unterstützt damit die Band, das ist halt... Ja, wobei ich sagen muss, es ist nicht meine Art von mir. Ich finde es noch nicht gut, aber das ist nur so gut, wie man das macht. Ja, ich mag die, ich mag die Songs auch. Glaube ich, für den Song allein hätte ich mir das jetzt nicht gekauft, aber ich mag den Adventure-Teil davon, also den Spiel-Teil davon. Das ist halt einfach nicht meine Musik. Punkt. Habe ich, glaube ich, habe ich, glaube ich, vorhin, habe ich nur durch dich mitbekommen, habe ich vorher nicht... Ich weiß. Ich weiß nicht, ob ich das dann... Ich glaube, das stimmt so nicht, dass der an einem Spiel-Arbeit-Teil mitbekommen ist, ja. Weil ich habe, ich habe von Poki, also den Kanal habe ich nicht abonniert, aber der hat... Ich habe die Videos, der hat in letzter Zeit mal Reactions gemacht auf die Gronkh-Let's-Plays, der hat auf Edna bricht aus von Gronkh... Das ist schon eine ganze Weile her, dass er das gemacht hat. Und da habe ich mal zwischendurch mitbekommen, dass da mal in irgendwas arbeitet, aber ich habe es jetzt nicht aktiv mitbekommen, welches Spiel das ist oder so. Ich habe das jetzt nicht überbekommen, aber danke für den Tipp, das habe ich da... Deine Reaktion darauf, das hat mir schon gesagt, dass du nichts davon mitgekriegt hast. Habe ich... Deshalb habe ich dich mal darauf hingewiesen, vor allem, nachdem ich gesehen habe, oh, du besitzt das noch nicht, da stimmt was nicht. Wäre ich vielleicht irgendwann drauf gestoßen, aber erst viel später. Ja, ich weiß. Wenn du mich nicht drauf gestoßen möchtest. Ja, wenn ich sehe, dass bei so einem Spiel noch nicht steht, ein Freund besitzt das bereits, dann weiß ich, dann ist irgendwas falsch gelaufen. Oder es zumindest auf der Wischliste steht. Ja. Okay, ich bin raus heute, das ist... Warum? Weil ich gerade mit meinem Snipergewehr auf eine bestimmte Stelle gesucht habe. Ich bin hier reingerannt und habe dann auf eine bestimmte Stelle bei dem... Wenn du Zähne in meine Sammeltruhe wirfst... Auf gewisse, äh, spitze Gegenstände... Wir brauchen also nur Zähne zu sammeln, das klingt nach leicht verdientem Geld. Schon? Aber wo sollen wir einen Taufen Zähne herbekommen? Hat mich ein bisschen überrascht, ich kam mir angerannt, da habe ich erst mal... Ich habe gedacht, geh genau dran, gesummt und dann zack. Ja, geil. Okay, habe ich das gerade gewanschottet? Äh, die sind nicht wahrlich stark, du sollst sie mit dem Nahkampfangriff... Ich sammle meine Zähne auch auf. Kannst du, ich... Ich habe doch die Idee. Ist das eine Quest-Igier, in die... ...eine Halt aufzunehmen, oder? Ja, ja. Ich frage mich gerade, ob du bereit wärst, noch ein paar mehr zu besorgen. Es würde mir wirklich helfen. Weißt du, ich habe eine Quote zu erfüllen und bin ziemlich im Rückstand. Ich frage mich, was du mit all diesen Zähnen machst. Ach, weißt du, normalen Feenkram. Ich flüstere sie in... Triff sie im Gesicht. Fantasievollen Träume der Kinder und so. Kann dir doch egal sein. Ja, Hatschon, solltest du machen. Hat noch jemand bemerkt, dass er irgendwie ausweichen soll? Jetzt müssen wir noch mehr Zähne sammeln. Irgendwie mit Käfer. Ich will die vorweg bauen. Und du weißt, was man sagt. Einer Fee in Not muss man immer helfen. Tu doch nicht so, als würde es dir nicht nur um die Kohle gehen. Ganz tief. Sie hat einen Schild namens, ganz tief. 7 von 32. Ich sammle sie weg. Du kannst sammeln während des Zähne. Ich sammle Zähne. Los, holen wir die Zähne. Los, holen wir die Zähne. Willkommen in der Vermietung. Das ist mir gerade dieses, wenn es ein TikTok-Video eingefangen ist, das mit dem, wo der Vater dem Kind 100 Dollar unter das Kissen gelegt hat und dann... Nein. Okay. Wir müssen reiche Amerikaner sein, wenn wir die 100 Dollar einfach zu hergeben können. Ne, das ist... Der... 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 Der Vater war am Abend betrunken und hat dem Kind aus Versehen... Und sollte dem Kind ein bisschen Geld unter das Kissen legen und das Kind freut sich, dass da... Dass... Dass die Zahnvieh ihm 100 Dollar gebracht hat und dass... Der Vater guckt in sein Portemonnaie. Ach du Scheiße. Bis dann. Lass dem Kind die 100 Dollar. Nimm sie an. Sag, das ist für dein... Für deine College. Und dann ist es auch gut. Es wird nie hinterfragen. Das Video ist lustig, weil er... Weil er sagt, die Zahnfehle war wohl letzte Nacht besoffen. Das ist eine blaue Waffe, die musst du mir noch mitnehmen. Dann macht das. Und ich habe ein Zauberbuch. Loch Zauber... Loch Zaubernate des... Ich weiß. Ab Level 12. Das ist die Questbelohnung. Das macht nicht viel Schaden, aber... Hat einen Special-Effekt. Die ist ganz cool. Mit Feen-Magie. Du bist noch nett, ehrlich. Der kennt diesen Beruf. Ihr wisst, was jetzt kommt. Der kennt diesen Beruf. Ach ja? Ich nicht. Ich tippe mal auf Kobolde. Ich schwöre auf die Hand von Tod höchstpersönlich. Das wird mir gehören. Hast du die Zähne schon abgegeben? Die werden automatisch abgegeben. Das ist auch so. Ich bin gerade beim Waffen. Und dein Punkt ist... Mein Punkt ist... Es sieht aus, als würden wir für diesen Typen Besorgungen machen. Skelett-Zähne, Kobold-Zähne... Ach, das ist wahnsinnig schade. Das ist eine sehr spezifische Liste von Zähnen. Ziemlich verdächtig, würde ich sagen. Noch weitere Kobold-Zähne. Das ist eine Quest. Kein verdammter Test. Ist ja schon gut. Tut mir leid, dass ich Dinge hinterfrage. Meine Güte. Entschuldigung, angenommen. Meine Hinterfragen-Quests nie. Wie sieht das eigentlich aus mit Side-Quests im D-N-D? Ach, worauf du Lust hast. Weil ich dachte mir, wenn man Tavernen hat... Die Idee ist ja, dass in Tavernen vielleicht auch mal ein Anschlag-Brett gibt. Du kannst Side-Quests machen. Es ist doch vollkommen egal. Vor allem sowieso, klangst du eine Kampagne, was jahrelang ist zu machen. Dann machst du halt Side-Quests. Aber welches Side-Quests macht man da? Worauf du Lust hast. So muss es laufen. Weiter! Kann man nicht Tavernen denn sowas machen? So, such mir... Wie wie Sammel 510 oder weiter. Nein, sowas macht man nicht. Sowas ist scheiße. Sag halt einfach mal, ey. Sag halt einfach, meine Großmutter ist gestorben und vermute einen Mord. Bitte helft mir. Oder sowas. Volle Gesichtsverstörung! Und dann Dungeon-Plan mit... mit einem Endpost drin. Ja, du bist ja wie beim Zahnarzt! Du plant das einfach ganz normal. Du kommst da schon rein, keine Sorge. Du musst nicht immer alles hinterfragen. Au. Du darfst vor allem... Du darfst das vor allem nicht als Videospiel oder Endpost spielen. Das ist immer der große Fehler. Das müssen wir bald mal wiederholen. Ich muss nicht unbedingt beim Zahnarzt. Du darfst einfach auf dich zukommen. Ich muss jetzt zum Beispiel eine Zeitgequest machen, mit der irgendwie... ...ein Fluch durch einen Gott aufgehoben werden kann, weil jemand dachte, trotz mehrfacher Warnung ist es eine gute Idee, die sich mit... ...so ziemlich der mächtigsten Feenkönigin sieht, die ich in meinem Portfolio habe, anzulegen. Die einfach zu beleidigen quasi. Nee, aber ich hätte gerne einfach ein paar Quests, die so nix Story-Relevantes haben, die man einfach so... ...die einfach nur zum... Ja, so... ...nbc1... ...nbc1 möchte irgendwas haben. Ansonsten schicke ich dir... Moment, ich guck mal eben. Ja, deswegen hängen die auch nur zur Auswahl. Also die muss keiner annehmen, aber die sind einfach so... Die stehen da. Die existieren halt. Willst du die Sache physisch haben, oder möchtest du sie digital haben? Mhm. Willst du mir jetzt ein D&D-Buch schicken, oder was? Wenn es um D&D-Bücher geht, hätte ich gerne mal... ...und ich bin hier ein Freund vom... ...vom Digitalen, obwohl ich mir auch mal... Obwohl ich mir auch gerne mal eins kaufen würde, um es mir ins Regal zu stellen. Aber digital lässt sich das dann doch irgendwie mehr... ...mehr... ...auf dem Bildschirm öffnen, ...parallel... Alles klar, schicke ich dir nur in den Tempel. Moment. Ich sammle hier mal 10 ein. Nimm 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 drum. Okay. Wie gesagt, in Tavernen halt... ...würdig sind... ...und sowas... ...줘 was anbieten, dass man halt... ...muss man nicht nehmen, ...aber kann man nehmen. Das ist so, dass man... ...zu den Spiegern klar wird, dass... ...das bringt euch nicht weiter. Ist es nur... ...das ist nur... ...des ist zum Spaß und... ...du müsst nicht annehmen. Du könnt doch... ... Bier drauf scheißen. Das sind dann sowas wie... Du nimmst das hier. Punkt. Du nimmst das. Weißt du was? Du bist bereit für die Oberliga. Wie so häufig ist das Tier mit den meisten Zähnen... Ich hoffe du kommst mit 1300 potenziellen Zeitquests zurecht. Ui. Also die für ein Anschlagbrett gedacht sind. Ich hab das Video überlegt, ich hab auch mal Gutes von gehört. Kostet 5 Euro. Das Ding. Das schau ich mir mal an. Ja deshalb hab ich gefragt, digital oder böse. Nein, niemals. Auf gar keinen Fall. Ist das recht werden? Ich... ja? Hör mal, es gibt auch Grenzen. Gehen wir wirklich den ganzen Weg zum Meer nur um gegen Seewaage zu köpfen? Da müssen wir heute noch ein bisschen frisch. Da müssen wir wirklich heute um 23 Uhr Schluss machen. Das müssen wir angucken. Wo hört es auf? Lass uns mit dem Kerl reden und aufhören. Ich hab nur Gutes von gehört, ich hab selber nicht. Aber... hey. Auch diesen Rage fühl ich sehr. Hey, bring mir einfach, was du hast. Dann bring mir einfach, was du hast. Dann bring mir einfach, was du hast. Kommst du rüber? Warte, ich könnte noch eine Waffe aufheben. So. Ach, immer dieser Loot. Ist doch irrelevant. Wer braucht den Loot? Ja, genau. Dafür wären Sidequests halt gut. Das ist so ein bisschen für Loot. Magischen Loot oder einfach Loot-Sachen, die man einfach so hat. Und zwischen den Quests einfach mal was zu... Geld auch zu stocken, oder? Es gibt viele, die so arbeiten. Ich kann sowas nicht. Aber... Also ich mag sowas überhaupt nicht, aber du kannst das machen, klar. Für sowas gibt's da... Ich hätt' ihr auch einfach Random Tables mit Plot-Hooks und so weiter schicken können. Da gibt's auch die Werden. Und da das eh eine Weile gehen soll... Können wir auch mal einen Abendlosen Sidequests machen. Das ist dann... Du wirst nicht eine Sidequests pro Abend durchkriegen. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Wir sind dabei reich zu werden. Ich kann es fühlen! Ich meine, gerade mal... Gerade wo die Quests ja... In der Hauptstadt in der Taverne... Die Kampagne in der Hauptstadt in der Taverne anfängt. Das ist ja... Kann ja... Kann ich dir ja eine Weile durch die Hauptstadt jagen. Das ist mal auf... Und durch Dungeons in der Nähe der Hauptstadt. Und sieh, welche Schätze darin liegen. Wie aufregend! Die große Enthüllung! Das macht dann auch mehr... Das macht auch mehr... Das macht auch die Story mehr Sinn, dass man... Oh Scheiße! Nämlich... Großartig... Nämlich... Kennst du denn die Story, die ich vorhabe durch die Kampagne? Nichts vermitteln! Und nichts erreicht! Es macht mehr Sinn, wenn da eine Weile vergeht. Also wenn es nicht so... Die neuen Abenteuer kommen in die Stadt... Ups... ähm... ähm... Großkommensdienentechnosen Sache! Großkommensdienste Sache! Jetzt müssen wir die Zahnklebe siegen! Wie gesagt, du kannst das auf jeden Fall... Easy machen! Ich rate ihr übrigens nur wo sie ist, sie ist bei mir unsichtbar! Das ist schlecht! Sie teleportieren sich nämlich! Jetzt ist sie auch wieder da! Wahrscheinlich ist irgendwie vieles auf dem Geschick gelaufen! Dein Spielstein ist generell ein bisschen buggy bei mir also! Äh... So langs noch läuft! Und hier bist für einen verregneten Tag auf! Du spielst also auf Zeit, hm? Ja! Das ist neun Schlaffer! Gab sich als Zahnfee aus, um geldgierige Abenteurer in eine Falle zu locken, die sie sich selbst eingebrockt haben! Ja nun! Zumindest wissen wir jetzt, woher die Imitatoren kommen! Ich mag euch! Ihr seid so lustig! Gut! Wer mehr kann, kann mehr verdanken! Ich weiß, dass hier wird es gut... Wie ist das Zauberbuch? Ja hallo, mein kleiner Timeling! Das ist richtig! Die Pistole ist ziemlich geil, die hat 115 Schaden! 67x2 Schaden hat dieses Zauberbuch! ich möchte übrigens kurz anmerken ich hab ich habe eine klassenfähigkeit mit der regenerierig munition überzeit er ist so groß gerüstet das hat mögen der münchen den stück zu reißen ja mal schauen ich muss mal dringend jetzt verkaufen ich versuche mal das feuer den ganzen was die stücke zu reißen das könnte was für die rüstung ist auch noch mal gucken 22 das habe ich nicht mal eben aufgenommen ich habe in der waffe 28 mal 9 schaden das ist vorsicht einschlag das könnte ich doch nicht sein sich die maus probieren das hat meine ich fand dann scheint man den dritten waffen ist da nicht frei ich habe keine ahnung ist jetzt die legendären waren sowieso nur zum ausprobieren da ich kann ja auch mal die andere runterschmeißen vielleicht wird legendäre jetzt behalten ich hab ich hab dir gerade eine hingeschmissen müssen wir als zweite geben oder was du kannst gerne die hier mal ausprobieren klar die hier umdrehen wissen du dein name wird auf deinem bildschirm angezeigt lernen das zu benutzen das ist volles inventar mal so nervig sieben mal vier schaden ok der notwendig ist langsam ja das habe ich zwei goldene waffen ist auch schön warum es darum keine sorgen mehr zu machen ja wie gesagt ich habe die erinnung gewandt damit wir uns das sind schön sparen bis ich gemerkt habe wie unfassbar nervig sein gewandt in jedem spiel ist immer halt nicht ja ich habe die nämlich auch noch mit dazu habe ich jetzt zwei goldene waffen mit und jetzt glaube ich noch nicht ist der zauber ich glaube ich eine granate die ja genau genau das so macht das spielen doch spaß der nachladerblick ist ziemlich geil ja was übrigens cool bei dem raketenwerfer ist ist dass der da habe ich gerade habe ich gerade eine knarre als knackkampf was wir bekommen so viel schaden wie ein borderlands machen werde ich auch nicht ich gehe aber immerhin ja besser als die anderen kämpft sich schon mal viel eleganter jetzt brauchen wir nur noch diese klassische die nicht gegen die sondern die klassische wir sind die waffe was dieser raketenwerfer der einfach steht der einfach alles ausradiert wie man heißt das meine die die man immer in einem resident evil spiel immer zum schluss kriegt und man müsste ich dann besiegen muss und dann einfach dann und dann käten werfen der zukunft und dann einfach rum es zweimal müsste ich getroffen und schon ist der tot das ist also das ja wobei es gab es dann einfach den gab es in village ja nicht aber da kriegst du den charakter chris das ist kris redfield der kommt dann auch der kommt denn der rasiert dann auch wird durch das dann ja ich weiß nicht ob mir das gefällt es ist nicht ich habe übrigens richtig bock auf wir sind im neuen damit wenn sie tatsächlich mit der rote mit Prozent mit der tochter als wunderschöne und ründlichen am besten und das zu dem ja ja aber man weiß das ist glaube in asien spielt und dass man wieder Leon kennengelernt spielen wird und wann soll das kommen dieses jahr noch oder jahres ja in den nächsten paar jahren ist es auf jeden Fall in den ich freue mich auch schon sehr drauf ja ich hoffe jetzt schicke ich mit der rote dass die tochter als geheimwaffe eingesetzt werden kann beim letzten spieler weil es in die wir sieben weil es in die wir acht das wollen wir auf den und das nur um das den kurs halbwegs weiterverfolgen dann kann das nur geil werden äh wird das nicht es wird third person sein aber es wird wahrscheinlich wie wir sind die wir vier ja wir sind die wir vier steht auch noch auf meiner studie ist da aber es ist ziemlich cool ich würde ich war da ich habe die demo mal gespielt ich war ich war von dem von dem dorf ziemlich verschreckt abgeschreckt was dann gehört ich bin die kettensägen typen die waren wir dann doch ein bisschen zu den kannst du nicht töten wie soll man dann sonst da weiter kommen du musst durchhalten bis zu einem gewissen punkt dann schlägt die glocke und dann da muss man auch glaube ich irgendwie kann die auch mit einem sniper und die kann man die docker aktivieren das hat mich tierisch abgeschreckt dieses level das das erste level wurde dann mit dem dorf kämpft aber ansonsten das ist eine sequenz und es gab eine ähnliche wenn wir sind acht wie du dich erinnerst weil acht sehr sehr stark an vier angesehen ist ich weiß nicht wann das lange her dass das gespielt habe die wehrwölfe die dich umbringen müssen damit sie damit du entführt wirst eben acht die haben die habe ich doch besiegt die wehrwölfe hier mitkommen die boss kämpfe waren interessant dann ist da wir sind die wehrwölfe steht auch noch auf meiner to-do-liste wobei ich davon das ist das ist scheiße wir sind die wehrwölfe drei habe ich nur negatives gehört und wenn die wehrwölfe zwei muss ja nur da habe ich ja bisher nur mit mir und kennedy gespielt und den da muss ich auch nochmal mit Claire nochmal durchspielen im zweiten da habe ich ja nur die hälfte gespielt das kann man ja nochmal auf dem Anfang bis zum Ende nochmal mit dem anderen Charakter spielen das ist voll Metal voll Metal Leute Moment blutet das Holz immer noch nachdem es vom Baum gehackt wurde? wie kann das sein? und wieso blutet der Baum überhaupt? das ergibt doch alles keinen Sinn Blutholz ja habt ihr nicht gemerkt? ja das sollte gehen sogar mehr wie die Blutsteine bei der Skitrei nein das ist einfach nur ein fester Stein den du drücken kannst und dann blutet deine Hand ja ja schönes Item man kann ihn gut werfen ist der offiziell dienen Kilo oder? ja natürlich der Blutsteine seht nur wie er uns mit krasser neuer Ausrüstung segnet HALZE KAXELS die Spitze aussteigen mit dem Burkst kommt gut heraus danke wir belohnen dich mit einem Song mach deine Ohren und deine Seele bereit HALZE KAXELS Geheiligt sei sein finsterer Name ihr spürt wie die finstere Macht der finsteren Akkorde böse in eurer Herz Seele erklingt in meiner Herz Seele? genau Klappe es funktioniert unsere Musik ist so krass Metal dass sie buchstäblich Tote weckt äh was passiert hier gerade? die Macht des Metal beschwört die toten Jungs sicher dass das Metal war? wir sollten dann womöglich aufhalten oder? das Problem ist halt Tina kennt halt absolut kein Metal und das ergibt vollkommen Sinn ich meine es gibt doch Baby Metal was ist das es gibt durchaus es gibt nein das ist nicht mal in der Nähe davon es gibt auch Metal Varianten die wirklich nicht nach Metal fliegen du das bitte du kennst dich damit nicht aus bitte 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 lass das einfach es gibt sogar es gibt nämlich sogar Mittelalter Metal also ist da ja der ist meistens für mich gut Energiegel Metal ja wenn es auf jeden Fall weiß das es ja wenn es auf jeden Fall weiß das das Metal nicht unbedingt immer Du musst immer krönen und kreischend sein, das kenne auch. Du hast in deinem Leben noch nie einen ordentlichen Metal-Sum-Word, oder? Ich hab ein bisschen von hier, wie hieß das hier, diesem Zwergen, diesem... Ich kenne die Band nicht, aber das ist nicht der einer, der für Dwecken hier viel Zwergen-Seed-Metal, von Zwergen-Metal gemacht. Ich hab davon nicht mal gehört, das klingt feiflich. Und dieses... Irgendwie so eine Wikinger-Metal habe ich auch schon mal gehört. Aber die Band mit uns singt, die könnte jeden Moment angegriffen werden! Verdeidigungszeit! Ja, los! Das Verdeidigungsweg! Eis um mit Feuer. Ich greife mit Eis an, meinem Draft um mit Feuer. Was machen wir eigentlich hier gerade? Eine Metal-Band verteidigen, die kein Metal spielt, weil sich die Spielleiter nicht mit Metal auskennt. Du meinst, weil die Spielmacher sich nicht mit Metal auskennen? Nein, die Spielleitung, das ist ein Joke. Aber die Musik läuft ja nicht in echt, die läuft ja... Ja, wir haben gerade die Toten auferstehen lassen! Ja, das läuft nicht in echt, das ist das Ding. Wie gesagt, die Spielleitung hier kennt sich nicht mit Metal aus, deshalb ist das halt Klischee überladen wie noch was. Ja, aber du musst dich nicht mit Metal auskennen, um im Spiel zu sagen, die Leute... Die Musik spielt ja dann in... Die Musik spielt in den Köpfen der Spieler. Wenn du ihnen sagst, da läuft Metal-Musik, dann musst du nicht wissen, was Metal-Musik ist. Verstehst du? Ja, ich versteh's, aber erstens, du musst dir eigentlich die Musik dafür raus... Und zweitens... Die ist klar, dass ich damit meine, dass hier alles so ein unfassbar Klischee überladen ist, ohne es wirklich auch nur ansatzweise darzustellen. Ich meine, manche... Du musst nur die magischen Reagenzien dafür besorgen. Manche wollen auch die Klischees erfüllen, das ist klar. Genau. Lieber Klappen... Ich gehe davon aus, dass ein Abenteurer deines Kalibers keine weiteren Erklärungen dazu braucht. Ich kenne zwar alle erforderlichen Reagenzien, und ich habe es daheim mit geeigneten Ersatzstoffen versucht. Davon ist aber nur mein Frühstücksgebäck verbrannt. Wirf es auf den Haufen! Hättest du das nicht im Verlies lassen können? Empfiehl mich weiter! Am besten mit Gewalt! Oh, ich habe eine bessere Waffe. Cool. Genauso aussieht wie der andere. Es geht nicht um die Optik. Es ging nie um die Optik. Es geht immer um die Optik. Oh, ich habe hier einen Bossgegner. Nein, hast du nicht. Vorbei doch, kann sein, ich weiß nicht, wo du da bist. Imperator von Feuer und Niedergang. Das habe ich hier gerade vor mir. Und der ist tot. Ja, das passiert. Sammle seinen Scheiß. Sein Scheiß ist im Fluss versunken. Der versinkt nichts. Oh, Gedanken eines Tyrannen meint übrigens das Hirn eines Tyrannen. Und ja, das wusste ich natürlich. Ich habe es mit einer passiv-aggressiven Notiz meiner Mama versucht. Und wo wir gerade von Tyrannen reden. Ich hasse sie! Das ist so die Feigheit eines Königs und die Sehkraft eines Vizegrafen. Das muss man noch sammeln. Ja, den Vizegrafen habe ich hier gerade. Den laufe ich zum anderen. Ja, und er ist tot. Ja, dann sammel er seinen Scheiß ein. Sein Scheiß ist nicht im Fluss versunken. Mhm. Praktisch. Natürlich, seine Augen. Was auch sonst. Das war mir natürlich klar. Ich habe es mit der Lupenbrille meiner kleinen Schwester versucht, mit der sie ihre Puppen bemalt. Ich renne mir jetzt mal einen Boss. Der Mann ist immer auf ihrer Seite. Oh, ich hasse sie! Der Mann hat seine Familie. Der Mann hat eine schlechte Kindheit gehabt. Deshalb macht er Metal. Ich habe ihn riesigen Pilzen. Hast du den Obelisken aktiviert? Keine Ahnung. Hast du den Obelisken aktiviert, oder? Falsch gedacht. Ich bin nicht bereit für den Obelisken. Ich habe ihn gleich tot. Oder er mich. Kommt drauf an. Ich komm zur Hilfe. Er hat nur noch 2-3 HP. Na komm. Er ist weg. Ich habe ihm gefallen getan. Glaub mir. Jetzt etwas leben und später viel ernten. Der Pilz ist weg. Äh... Wir müssen trotzdem den Typen da jetzt holen. Ich bin am sterben. Geh kill. Das Herz eines Königs. Irgendwie logisch. Im Herzen wohnt die Feigheit. Ich habe es mit der Schachtclub Trophäe meines älteren Bruders versucht. Er ist so ein Weischei. Ich hasse ihn. Du scheinst alle benötigten Reagenzien zu haben. Komm zu mir zurück. Ich habe hier gute Waffen bekommen. Ich muss diesen Opfern zeigen, wie Metal Plague Red Apocalypse wirklich ist. Er generiert Gesundheit über Schaden. Cool. Äh, ja. Darauf gibt es einige für. Der Schmetterhammer der Mythen. Du Glückspilz. Hier unten ist noch Loot für dich. Das macht nicht ganz so viel Schaden. Aber regeneriert es. Das wird nämlich... Hier ist noch Loot für dich. Ich suche gerade noch meinen alten Loot. Halt dich für ein Gerücht. So ist gut. Hier bei mir. Ich habe wieder gewürfelt. Ach ja, eine blaue Waffe und grüne. 9 Dress mal 3. Momentars voll. Mhm. Ups, ich habe aus Versehen, die Obelisken aktiviert, Mensch. ich nehme es mal mit wir sind noch nicht bereit für den Nubelisken so leicht kann man mich nicht aufhalten ich sehe nichts mehr der Momentar ist voll scheiße So Wege 13, nice Hätte ich das denn schon auf 5? Ich habe jetzt ein Plus Null Skill-Abringzeit, sehr schön, so muss das, jetzt geht es nicht mehr, noch mehr abgezogen. Hier ist noch ein Skin-Tail. Klee-Mode betreten, das hat 88 Schaden. Schön. Sultiere zogen der Apokalypse zurück. Zur Band, ja. Ein Bartos-Boot. Ich verkauf Preis. Äh, die haben sich eingezogen. Die haben sich eingezogen. Die haben sich eingezogen. Okay. Tritt lieber zurück. Du bist sicher nicht bereit für den krassen Mechelscheiß. Jetzt kommt noch ein Gegner. Es geht mit einem total kranken Solo los. Ihr steigt dann einfach danach ein, okay? Seht ihr das? Seht ihr wie verdammt Metal ich bin? Tja, die Entscheidung wäre die führende Metal-Band ist viel durch Selbstverbrennung. Auch wenn das als Todesart echt voll Metal ist. Die Zwerge kennen mich als... Hey, also, was war da los? Sie wollten einen Zauber wirken. Und dann waren sie alle tot. Wisst ihr, was das bedeutet, Leute? Wir sind offiziell die krasseste Metal-Band der Welt. Wir sind so Metal. So unfassbar Metal. Es gibt nur noch eine Sache zu tun. Die krasseste von allen. Ich gebe dir jetzt deine Belohnung. Für deinen Dienst im Namen der krassesten Metal-Band der Welt, gewähre ich dir die ultimative Belohnung. Du darfst das Menschenopfer für unseren Dämonen-Gott zu Gattes sein. Die Band stürmt mit dem heutigen Schorn in ihren Augen auf dich zu. Hier bleibt nichts anderes übrig als zu kämpfen. Und was jetzt? Fast. Na toll, jetzt hast du es geschafft. Ohne einen Körper, von dem ich Besitz ergreifen kann, kann ich auch kein dämonisches Chaos anrichten. Die Geixels nehme ich an. Tut mir leid, aber die wollten mich umbringen. Du hast recht. Es war nicht deine Schuld. Ich schätze, du wolltest nur helfen. Ich werde dich für deine Mühe belohlen. Aber zuvor musst du mir noch einen Gefallen tun. Du hast doch geschlossen. Ja. Ich habe mir Waffen bekommen. War das? Ja. Die hier. Ich habe die Waffen bekommen. Wenn du mir auf den Rücken guckst, kannst du es erahnen. Okay, so läuft es. Eine Lauter. Eine Lauter. Eine Lauter. Eine Lauter zu bekommen. Wie heißt die? Metal lautet der Mühe. Ah, hier. 71 Schaden. Das ist ganz schön Metal. Ich behalte noch den Schmetterhammer der Mühe. Bei der Regenerierung ist es über Gesundheit. Komm nach Prachthof. Und der Telefoni wird sich mit einem dämonisch magischen Pups davon. Warte. Ziggilein. Er ist schon weg. Wieso sagt er uns nicht einfach seinen Waffen lang? Der sieht doch gut aus. Der Hammer. So machen Dämonen das nun mal nicht. Fred, ist doch so, oder? Dämonen machen das in der Tat nicht so. Siehst du? Sag ich doch Dummchen. Äh, nö. Wir machen jetzt erstmal hier die Kriste. Feuer und Aktion. Es fängt die Feier an. Äh, ich weiß nicht. Moment, warte mal kurz. Wieso? Nein. Äh, übrigens, die Metal-Laut dürfte ziemlich die stärkste Nahrkampfwaffe fürs Early-Game sein. Wenn ich mich nicht irre. Ich habe die Helds, die ich hier habe und ich gerade habe. Ja, das ist auch cool. Aber meine erzeugt halt Flammenprojektile und ich mache ab einem gewissen Punkt immer nur... Permanent-Krit. Das ist ganz cool. Naja. Machen wir noch die Sache, Juden, danach Schluss. Ja, Hauptquest-Boss, Schluss. Ich bin die Inkarnation der Dunkelheit. Außerdem bin ich auf einer Mission um den Dragon Lord zu besiegen, weil der versucht noch größer zu sein als ich. Und ich muss über den Ozean. Ich liebe zwei Sch-Dinger auf dieser Welt. Sch-Bist und Sch-Große Explosion. Und den Respekt vor allen Lebewesen, ungeachtet meiner eigenen kulturellen Vorurteile. Äh, 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 drei Dinge. Ich krieg auch gar nichts mehr auf die Kette, seit meine magische Laute nicht mehr funktionieren. Wie kann eine Laute nicht funktionieren? Ich weiß nichts. Sie ist aus Holz aus diesem Wald gebaut und deswegen muss... Maggeln! Hab sie in einem Muskel-Spiel-Wettbewerb gegen die Foss-Schlag-Pee gewonnen! Schon mal versucht die Laute... zu spielen? Ich will deinen Plan damit auf Sachen einzuschlagen nicht kritisieren. Scheint ja toll zu funktionieren. Voll die abgefahrene Idee! Genau deshalb bist du ein Held! Laute Zolo! Laute! Diese Schicht-Kistalle sind böser als ich dachte! Sie erzielen Gewalt die selben Energie! Und schicken sie zu mir zurück! Das ist doch das Geil da am... Am... Am Bart fahren. Lass dich greift eine Horde-Skelette die ahnungslosen Trottel im Wald an! Rollplay-Technisch ist es auch ziemlich lustig. Äh, wie ist... wie technisch? Rollenspiel-Technisch. Wenn du das dann... Und dann so ein... Wenn ein Badenspiel-Stickern draufhaut und dann... Äh, ja, aber Badens sind sehr lustig. Das Beste... Das Beste... Das Beste... Das Beste aus Bardo uns Barbar. Das ist immer... Im Rollplay auch genial. Ich meine, Barbarian Inspiration habe ich auch schon offiziell geführt bei meiner Kampagne. Lass... Lass... Lass sowas. Wenn es mechanisch ist. Wenn es nur narrativ ist, dann von mir aus aber lass es sowas. Es ist... Es funktioniert genauso wie Baden Inspiration. Ja, und an dem Punkt... Und an dem Punkt ist jeder Barde vollkommen sinnlos. Deshalb machst du das nicht. Du bist keine Klasse-Technisch, dann gibt es einfach jemand anderes. Ja, du kannst halt jetzt... Du kannst die halt inspirieren und dann... Im Kampf kannst du die bedrohen und dann... Und dann können die besser... Ich meine, das ist ein Bonus von einem D6 auf den Wurf. Das ist, ob das jetzt... Das ist sehr stark. Das ist... Mehr als Standard... Bardic Inspiration. Es ist exakt dasselbe wie Bardic Inspiration. Ja, und warum solltest du dann noch ein Baden spielen? Hm? Um Charisma zu haben. Das kannst du jederzeit haben. Und einen Zauber zu haben. Du nimmst nicht einfach ein Klasse-Suchster und gibst es genauso in einer anderen Klasse. Das machst du nicht. Es gibt Sachen, die okay sind, wenn du sie irgendwie homebrewst oder lustig, aber sowas ist scheiße. Die Spieler fanden es bisher ganz gut. Da hättest du das dann... Die haben es gemocht, als... Ich finde ich da, aber... Gut. Ah, haben wir auch mal... Ah, haben wir auch mal genau was... Aber keine Sorge, wir haben auch gar keinen Barbaren. Das ist... Gut, dann kannst du das sowieso machen, aber... Es ist halt... Aber vielleicht Multiclass jemand. Und dann kann er es auch machen. Das ist doch so. Ja, würde ich nicht machen. Narrativ, ja klar. Kannst du rausspielen, dass du Leute bedrohst, statt den Motivation zuzuspielen... zuzusprechen als Pfade. Das geht. Das kann man jederzeit tun, aber... Du machst es nicht als eine mechanische Sache. Wenn das eine gelungene Sache ist, dann kann ich dir noch einen Bonus dafür geben. Es gibt Subklassen, die extra darauf basieren, dass ein Gegner bedrohen kann. Du... Ich weiß nicht mal, wo ich gespawnt bin, Alter. Was soll denn die Scheiße? Ich besinke ja schon mal den Boss für dich. Ja, kannst du gerne tun. Und der ist tot. Ich bin irgendwo am Arsch der Weltgespawn. Nur bitte. Jetzt kriege ich auch was. Das war wohl nicht der Boss. Das ging mal die ganze Zeit im Inneren des Kristalls. Wie eine Bistrokkor. Schlag es Gott. Keine Munition mehr. Sehr schön. Du spielst also Baden nur für Baden Inspiration. Das ist das Core-Feature von einem Baden. Ein Baden hat noch andere Features als der Space-Teal. Ja, das war genau so wie alles andere auch. Also tut mir leid, nein. Das ist wie wenn du sagst, ja okay, wenn dein Kämpfer büten wird, dann gib dir jetzt einen Bonus. Du bist kein Barbar, okay, ist egal. Das machst du nicht. Wenn du ein Klassensystem hast, dann änderst du dich einfach die Klassen komplett ab. Boah, die technisch gesehen ist Inspiration eine Sache, die eigentlich jeder kann. Für Reach kann man sagen, dass das jeder kann. Dann spielst du aber nicht D&D, dann kaufe ich dir von mir aus ein Powered by the Apocalypse System. Da kannst du sowas machen, aber du kannst das nicht bei einem mechanischen System machen. Wo du wirklich viele Sachen, die ineinander greifen hast. Das geht nicht. Das ist wie wenn du bei DSA sagst. Also, das finde ich jetzt nicht gut, wir machen was anderes. Das ist was, was nicht funktioniert. Punkt. Kannst du es gerne ausprobieren? Ich sag dir, es wird euch früher oder später Spaß trainieren. Weil es böse ist? Ich kann den, ich kann den Leuten Boni geben dafür, dass sie bestimmte Sachen, ich kann, ein Spieler, kann ich denen sagen, ihr habt das gerade gut geschauspielert, ich, ich lass euch das jetzt machen. Dafür verteilst du den lustigen Wert Inspiration, den die Leute dann einsetzen können. Also quasi Re-Rolls. Du hast Optionen als Spielleiter und du solltest sie benutzen. Du solltest nicht einfach irgendwelche random Boni geben. Das ist scheiße. Das ist für One-Shots lustig. Wie jetzt halt aktuell bei euch, aber wenn es sich halt rausstellt, ja warum sollte ich dann überhaupt irgendwie Baden spielen? Ich kann doch einfach ein Barbar sein und trotzdem inspirieren. Ja. Ja, das ist halt scheiße. Dann nimmst du eine ganze Klasse aus dem Spiel, weil das Vorfeature einfach für eine andere übernommen wird. Das ist auch der Grund, warum der eine Magier, der quasi einfach nur ein Kleriker auf etwas schwächerer Kleriker ist, nicht ins offizielle System gekommen ist. Der war ja geplant, aber es hat sich rausgestellt, ne, das will es auch so leid machen, um den Fähriger zu spielen. Hey, das ist super. Jetzt verstehe ich, warum sie das mag. Deshalb macht sie sowas nicht. Das ist zumindest meine Meinung. Wie gesagt, du kannst es gerne probieren. Ich sage dir, wie es enden wird, weil ich war an dem Punkt schon und es war scheiße. Ich bin der Meinung, ein D-Spiel muss Spaß machen und wenn Leute, das ist Regel Nummer 1, nämlich das Spaß machen soll. Und wenn die Spielern gerade was Spaß macht, kannst du auch einfach darauf, dass es Spaß macht, Boni geben. Ja, das kannst du tun. Ich lasse mir von keiner Regel. Es geht nicht um Regeln, es geht darum, dass du halt nicht einfach mit Klasse obsolet machen solltest. Auch wenn du keiner fliehst, ist das halt scheiße. Keine Regel sollte den Spaß verhindern. Wenn eine Regel Spaß verhindert, dann muss sie abgeschafft werden. Also wenn es... Darum geht es doch nicht. Was verhindert den Spaß, wenn du nicht einfach jeden Barbaren inspirieren lässt? Der D-Fall. Oder diesen Charakter. Okay, ich stelle das Szenario vor. Ein Barbaren-Karakter geht im Kampf zu nehmen und spornt den damit an, dass der sagt, du musst das jetzt schaffen, sonst zahre ich dir ein kleines Stück. Ich bedroh dich. Ich bedroh dich, dass du das schaffen möchtest. Dann gibst du dieser Person einen Vorteil, wenn der Intimidation-Hub gut funktioniert hat. Du gibst ihm aber nicht eine Bardic-Inspiration, die er benutzen kann. So regelst du das. Du gibst einen Vorteil. Du gibst nicht ein Klassen-Feature von einer anderen Klasse dazu. Von mir war es auch das. Ja, du kannst das nicht so machen. Es geht mir nur darum, dass du halt nicht einfach irgendwelche Sachen random durch Sachen von anderen Klassen ersetzt, weil das das System auf lange Sicht gesehen kaputt macht. Punkt. Ich hab das schon getan. Glaub mir. Es war scheiße. Ab einem gewissen Punkt für alle. wenn du auch im anderen Punkt hast, zum Beispiel jemand die Depp auf Bar und Bar und nicht gemultiplast hat, dass der dann sagt, ja, das ist perfekt. Ich bedroh ihn, dass ich ihn umbringe, wenn er dir jetzt versagt. gut kannst du als die Welt ist okay ich will nicht gehen nur benutzer hat dann auch gerade der liebsten Tag was dieser Kampf ist so fucking schwer das schwer würde ich jetzt nicht sagen es nervig, es ist super, nervig, nicht schwer so wird ganz goldene Waffen dabei die schon komplett underleveled sind nebenbei nur Level 14 ja ich mach mit ja ich mach mit aber diese Kämpfe gab es auch in Borderlands wirst du diese arena diese mod schweren arena Kämpfe hier dann lässt sich noch dieses Battle Royale was wir mal gespielt haben das war auch ja ja ich sag ja nicht dass es schlecht ist sondern nur dass es mich gerade ein bisschen nervt weil wir jetzt ein bisschen underleveled sind ich weiß nicht ganz wieso wir underleveled sind aber Alter sind wir gar nicht wir rocken das gerade hier sind wir gar nicht wir rocken das gerade hier der Joke war gerade eine Anspielung auf den Krankenwagen Joke ja welcher ja der rufenden Priester aber nicht für mich der rufende Krankenwagen ruf ganz schnell in die Krankenwagen aber nicht für mich sondern für dich okay gut bestimmt das ja Witz in der A10 ist so lustig ja ja auf jeden Fall oh 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 eine goldene ein goldenes Objekt Ding ist ich hätte ganz was goldenes gedrobt ja das ist schön kannst du mich wiederholen kurz ich weiß gar nicht wo du bist ich bin vor dir gestorben äh zu spät ich bin wieder irgendwo am Arsch der Welt ah nein ich bin sogar mit Eckert ja das haben wir gleich dann hol dir ein goldenes Ding oben hab ich noch gesammelt das war ein Zauberbuch oh nice glaube ich zumindest sah so aus wenn ich dir nicht mal nachfüllen ich bin gerade noch mit im Kampf das ist nur ein Skeletz oh nur das ist die das ist die wie wof z quell ne das ist die wie das ist das das ist die 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 40 ja schon mal zu versuch mal die wenn ich gucke ach ja ja keine ahnung was der auf gegner macht aber das hat man ja geschaut wie heißt das ist aber ich habe nicht der verletzung Heißt der übrigens, wenn du noch nicht mehr willst. Du bist da der Verletzung. Oh ja, ist ein Legendary Spellbook. Hat den Effekt Mu. Feuern und Vergessen. Einfach verursacht Blitz und dunkle Magie Schaden. Ah, okay. Der saugt Gegner in den Zauber und schleudert sie rum. Interessant. Ja, cool. Komm mal, ein Witz. Kommt gut, der Boss oder was? Sie hackt auch irgendetwas aus. Wenn es das ist, woran ich denke, werdet ihr schreien. Ich kümmere mich gerade um die hinteren Skelette. Um die Nachwut. Der Typ rennt hier vor und wir müssen ihm folgen. Der kommt schon gut zurecht. Seid auf ewig verflut. Nicht meine letzten Arten, du verfluche ich dich. Wo ist denn, in welche Richtung? Hier unten, die Rennen der Rennen. Oha. Noch ein goldenes Blut hier. Was? Ich kriege gerade einen goldenen Blut nacheinander. Geil, ja nice. Was ist diesmal? Waffe? Äh, was er ist ab dem 14 kann. Ähm, ich bin der mit 14. Raserreise auf jede Besessenheit. Blitzschaden. Berserklarenkraft. Startsorrichtschaden. Das ist eine... ...ne Kette? Oder was? Äh, okay, da ist ein Artefaktor für eine andere Klasse. Ich kann es auch gar nicht ausrüsten. Ja, ich glaube, du hast die falsche Klasse dafür. So ein Scheiß. Ich kann es auch wirklich nicht ausrüsten. Das ist schade. Was soll man machen? Joa, ist halt Random-Loot, ne? Ein nice, dass du das mal was cooles Zeug kriegst. Aber der Zauberer, der ist ja schon mal sehr geil. Ich weiß. Scheiß. Schäu, das Herz des Waldes schlägt hinter diesem Bösen. Ich kann mit meinem Explosion transmissionen mitfallen. Das ist ein eigniger Angriff. Und er geht nur einmal vor Ort. Der ist ja gar nicht. Der ist ja gar nicht. Die Superheißen Mächte des Bösen riechen den Gestank des Heldenturms und erheben sich, um ihn niederzustampfen. Wer ist der beste kleine Seelenbrett? Du bist es! Der Grün ist noch einer. Bei dir. Ja, ich weiß. Er soll ihn zu treffen. Haha, nicht der Hater, Bär! Ich bin ein strechendes Kreck! Was, Freund? Oh, ein Violett. Ein Violettering. Du kriegst deutlich bessere Blutersicht aktuell. Du hast gleich eine Gerechtigkeit. Und vor deinem Stray hattest du den geilen Loot. Ja, du, ich bin vollkommen zufrieden damit. Episch. Wusstest du, dass Knochen eigentlich trocken sind? Zauberschaden plus 4,8. Nice. Für dich brauchen. Ja, ich bin zufrieden damit. Wir sind aber da! Ja, hier ist ein... Wie als Antwort, ertönt durch den Nebel ein erschütternder Schrei. Das ist ein hübsches Schwerz. Ja, ich hab mir einen neuen Zauber gegönnt. Immer schön ölen. Scherz, das hat keine Scharniere. Wo hast du das denn gefunden? Ups, ich bin reingerutscht. Oh scheiße, ich hab grad verkauft. Seht das schreckliche Antlitz der Todesfee. Banshee. Banshee ist ein deutlich besseres Name als Todesfee. Ja. Ja. Wie solltest du denn die übrigens nicht benutzen? Außer ihr habt einen Paladin. Die haben einen Paladin. Obwohl, weiß ich nicht mehr. Haben wir noch einen? Ich glaub nicht mehr. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, benutzt die lieber nicht. Die sind sehr, sag mal, böse. Die können deine Party One, äh, du kannst BK damit easy versäglich machen. Ja. Party Kill. Ja. Ich mein, das wird sowieso früher oder später passieren. Wie ich meine Party kenne. Ja. Ja, aber du musst nicht unbedingt dafür sorgen, dass es zwangsläufig passiert. Weil eine Banshee, die hat halt einen Angriff, mit dem sie instant killt. Ich bin tot. Ja. Komplett tot tot. Tod tot. Bleib noch im Leben. Ich geb grad mein Bestes. Du brennst schon auf Action, was? Der Boss ist halt hart. Und ja, es gibt, es gibt sowas wie, äh, wie Power Ward Kill. Was dann, der Zauber ist relativ nutzlos, ich weiß, aber... Der Spell ist einer der stärkste und gewünschtesten überhaupt, wenn du unter 100 HP grad hast. Aber ab dem Zeitpunkt, wo der eingesetzt wird, ist keiner mehr unter 100 HP. Das dann... Per Default. Es nimmt die, nicht die Max HP, es nimmt die... Current HP. Da ist Boss quasi... Also in Beirut's Gate habe ich's gehasst, weil in Beirut's Gate 3 ist dann... An dem Zeitpunkt, wo der Charakter auf 100 HP fällt, ist dann... Da kannst du das auch mit anderen, du kannst da auch einen Feuerball drauf werfen. Und dann ist das auch... Das ist jetzt... Ja. Ja, äh, ich meine aber, Power Ward Kill hat kein einzelnes Ziel, sondern alle Ziele und du kannst damit die Stadt auslöschen, wenn du willst. Und wie alle Ziele unter 100? Ja. Und dann ist das geil. Ja, darum geht es bei dem Zauber. Dann hat das... Dann hat das Badus Gate 3 ziemlich weit benutzt. Nein, Power Ward Kill ist... Du schaltest Power Ward Kill nicht frei in Baldur's Gate als... Du kannst in Baldur's Gate 3 Power Ward Kill kriegen, wenn du dich im Dark Urge dem Bösen verschreibst. Dann kriegst du Power Ward Kill als Fähigkeit. Heißt das auch so? Ja, heißt das. Ich bin tot. Aber es funktioniert so, dass du einen Gegner... ...töten kannst. Das ist besser als du es verdienst. Ja, dann ist es halt falsch. Äh, Power Ward Kill ist nämlich das, was unter anderem in den Ball-Tempel irgendwie benutzt wird von den Rufern, dass diese... Okay, das kriegst du auch wenn du dich verschreibst. Ja, ich meine nur, das ist das Ding, was dir halt die ganze Party instant killt, wenn der Timer abgelaufen ist. Ach, das habe ich nur getriebe abgedrückt. Nein, das tötet auch nur... ...tötet auch nur einen deiner Partymitglieder, wenn du... ...um gegen uns. Und weil das Gate 3-5 sind die das halt falsch. Ja, dann haben die das halt für Videospiel-Purposes geändert. Ich habe schon erlebt, wie die Todeswehe hochstufige Charaktere völlig fertig gemacht hat. Kann auch sein. Unter uns gesagt, wir hatten mal was miteinander. Aber sie hat mich für den Mahlstrom des endlosen Wahnsinns verlassen. Okay, ich kann es verstehen. Er ist ein Traumtyp. Nein! Das Herz des Waldes ist bereits verdorben! Du Scheiße! Du hast mir die Magie und die beste Freude... Und ja, Partykill kann dann jeder... ...an einen End und Ecken funktionieren. Nein, ich finde es gut balanced. Wenn die Spiele irgendeine bescheuerte Entscheidung machen, dann kann das passieren. Und die sich sagen, ich will mit Level 4 schon gegen den Endboss-Kampf antreten. Ich gehe da jetzt... Wir rennen da jetzt rein und besiegen die... Dann machst du das trotzdem nicht. Du hast immer die Option zu entscheiden, wie die Leute reagieren. Wenn die gegen den Level 20 Endboss mit Level 4 angreifen wollen, dann... Kann ich auch nichts tun. Dann wird der einfach durch... Im Zweifel, wenn sie ihn in der Stadt angreifen, dann wird der einfach weitergehen und das komplett ignorieren und jeden Schad einfach fressen. Weil es keine Wirkung hat. Zum Beispiel. Ich kenn mich! Komm her! Weil die halt einfach ausknocken. Mal kurz mit der Handbewegung. Woher solltest du mich kennen? Also, wir haben uns noch nicht getroffen. Aber ich bin die Faustschlag-P. Solange Magie in der Nähe ist, bin ich hier, um sie zu schützen. Mit Faustschlägen. Ich hab schon genug Kelken gesehen, um zu wissen, wann mich einer gerettet hat. Kannst du seine magische Laute reparieren? Er muss unser Schütz segnen. Ob ich es kann? Ha! Ich bin es, von dem er sie überhaupt hat! Pass mal auf! Zipi, Zipi, Punchi, Magu! Was ist jetzt passiert? Die Laute funktioniert wieder. Ah, ja. Faustschlag-P. Ich habe so hart gerückt, dass ich mich weg teleportiert habe! Danke Faustschlag-P! Halt! Wir treffen uns bei den Docks! Diese Sequenz gucken wir noch und dann können wir beenden. Die ist mein Favorit. Aha. Da bin ich ja mal gespannt. Ja. Die hat einen sehr lustigen Gag. Und dann Party-Kick kann auch passieren, wenn die einfach auf einem Schiff sind und einfach auf Städtstund kommen einfach vor oder einfach ins Wasser springen. Nein, das macht man da eigentlich auch nicht, außer die Gruppe hat einen schon so frustriert, dass du einfach sagst, hey, fuck it, ich mach mit euch nichts mehr. Ja, ja, ja. Okay. Holen wir uns diesen blöden Segen für das Schiff. Und das weißt du, weil da warst du dabei, als was passiert ist. Hey! Dann sind eben die Regeln! Dann sind halt die Regeln! Ich weiß. Ich will doch einfach nur vorankommen! Oh-oh. Die Gruppe spaltet sich. Ja. Deine Geschichte scheint tot im Hafen zu treiben. Die Gruppe spaltet sich. Ja, das ist auch eine Sache, die man nicht machen sollte. Split-Party ist auch eine Scheiß-Idee. 2G Not lang und 2G Not lang. Du kannst es machen, aber dann nur kurz. Und vorher kommunizieren macht das nicht, weil es nervt mich. Ach, kurz ist doch eine blöde Idee. Wieso beschmutzen alle den guten Namen des guten Schiffs Balsania? Weil es einfach nur Schrott ist. Nein! Deine oberwichtigen Regeln sind einfach nur Schrott. Ich sehe das Problem. Deine Gruppe ist gespalten. An dem Schiff steht Literally dran. Peace of Ship. Was ist das? Was ist das Ding? Mhm. Der ist fies auf Ship. Fred, Valentine spielt gern Bunkers & Badasses, um sich wie ein Held zu fühlen. Er bricht auch mal die Regeln, um Spaß zu haben. Hier ist doch Tomlestein. Hör zu Valentine, ich will dir nicht den Spaß verderben, aber ich liebe Bunkers & Badasses wegen der Regeln. Denk doch mal drüber nach. In der realen Welt passiert alles ohne Grund. Hier weiß ich, wie alles funktioniert. Das ist entspannend. Und wer mag die Indie wegen der Regeln? Viele. Du bist, du bist auch auf dem deutschen D-D-Server. Du weißt, wie die Leute da sind. Healthy Edition. Ah ja, hast du aus dem Schiff vereinigt das Angebot mitgekriegt von wegen... ...spieler bitte nur Frauen zwischen 20 und 21 mit zehn Jahren Erfahrung... Ne, was ist da? ich komme relativ selten dazu da etwas zu lesen die chance ein held zu sein die quest angeboten die kampagnen angebot sind echt wird ich habe da übrigens mal nachgeguckt wer das angebot hat das waren 17 jähriger männlicher spielleiter zumindest war es kein 30 jähriger die bieten nur kampagnen für 14 jährige an wenig mehr auf die regeln zu achten und ich schwöre dir zu helfen diese quest abzuschließen und das gute schiff bei sanje vor schaden zu beraten und diese kampagnen die kampagnen angebote wo ich schon vorne hinein sage ja komm das ist dann die schon in der quest wie schon in der beschreibung schon schon zu tode reguliert sind wo dann schon drin steht so das ist aber aber das ist ganz wichtig ganz wichtig ganz wichtig ganz wichtig ganz wichtig ganz wichtig so vor das ding vorgestellt hast guck da vorne guck dir das an was beim schiff passiert hier nein nein was passiert noch er castelt magic missile oh ich dachte nuke so funktioniert der tauber aber nicht aber was ist mit den wahren ich bin umweltschützer er nukt die insel er castelt magic missile und er jagt das meer in die luft ja das ist so großartig weil sie gerade davor die regeln die wir schon hatten ja man kann auch zauber mal ändern ok ja wir müssen nicht so sehr auf die regeln achten bei cast magic missile ich nuke das meer gibt es das auch als dnv spell gibt es auch einen gibt es auch einen nukes swarm meteor swarm der schändliche ozean das wäre doch eigentlich ach du scheiß der ozean ist weg ja ich fühle mich verarscht das war abgefahren das gute schiff balsanje hat ihre letzte fahrt hinter sich jetzt können wir durchs meer laufen ja jetzt können wir beim nächsten mal die ganzen durfle der stadt suchen wenn der gesamte ozean weg ist können wir dann nicht einfach zur pyramide des dragon lords laufen oh ja aber sowas von aber auch wenn noch ein wasser meer ist dauernd die kinder und wir können multiklassen das ist das wichtige ja ich hab hier grad was ich kann hier sekundäre klasse ausrüsten ok soll ich das jetzt schon machen ne doch klar muss erstmal noch die erste klasse fertig kriegen was meinst du dich daneben als multiklas magier magier zauber schuss magier nutz ich würde dir ich würde dir empfehlen berserker für eissschaden dann kannst du feuer und eis berserker ich weiß kann der eh schon dann erst recht dann ist das besser ich weiß was gehen mit einer klopper mit fokus auf fast schon dann nehme ich das warum nicht mit levy 18 schätze ich dann den nächsten hm neue waffe aber ich probiere mal killo mannt aus warum nicht das ist sehr gut glaube ich gehe dann auf nahkampfschaden tatsächlich auch so ich hätte das war ein stimmen noch ein bisschen ich habe jetzt plus drei ab gegen zeit sehr schön ja ich auch so was soll ich jetzt aus schreckens wind und wirbeln herumforsorgen regelmäßig mit dem ausgehenden nahkampf könnten wenn du ihn nicht schlecht ich würde jetzt theoretisch ich kann jetzt theoretisch das hier moment ich kann ein wirbel machen ich würde auch rum ich glaube das ist cooler sogar warte kurz wenn ich dich drauf geladen bin fünf sekunden schon mal was ich mache ich habe gesehen dass du hier musst das ist echt nicht schlecht ich finde haben wir fast noch besser dann bleibt beim hammer kann man ja unterschiedlich kann man ausrüsten sind nicht so mann punkt ausgeben was für exakt ich glaube ich nehme den wirbel ich brauche nämlich wirklich was für fernkampf wenn ich auf 106 vor allem mit der laute ja mit der laute könnte das ziemlich cool sein mit nachkommen du hast keine legendäre nahkampfwaffe zufällig da oder was du glaube ich jetzt auch benutzen kann und wir haben wir haben wir haben dritten waffenslots haben wir mal bei dir ein jetzt natürlich meine raketenwerfer rein ich habe noch 106 nahkampfwaffe 133 habe ich ja sogar ziemlich starke nahkampfwaffen jetzt bekommen ich habe nur 115 nahkampfwaffe 133 gerade großwert der spaltung groß großschwert der spaltung ich habe ich habe die todesfee waffe mit der kann ich projektile hinter gegnern erschaffen wo ist das effektiv gegen fleisch und verbrennungschance ich probiere meine waffe aus moment da unten sind wo sind gegner da sind wir vielleicht noch nicht hin aber doch klar ich mache blutungsschaden ich bin tot sei höflich zu tot wenn du siehst sonst wir wollten eigentlich schluss machen ja ja ich probiere nur kurz ein bisschen ja die fähigkeit macht schaden so macht es spaß zu kämpfen ja jetzt kriegen wir die guten sachen vorgeschichte vorbei ja jetzt geht es das richtige spiel exakt ich bin ja meine taverne ich bin gerade fast in den knasten landet das wäre das wäre auch ein charakter trade für dn d einfach mal so für die karte ist einfach karte hat einfach keine orientierung sind ich möchte ich möchte zur taverne gehen und der landet der steht auf einmal guck guck dir einfach one piece an dafür die karte sagt ich möchte zur taverne gehen ums im stehe jetzt steht es einfach beim bürgermeister vor der tür vor der haustür hatten hatten wir bei dsa der charakter hatte irgendwann den trade ja sie hatte sehr gute orientierung sie findet immer den hafen punkt auch wenn es keinen hafen gibt findet sie nicht besten hafen sehr schön das war sehr lustig also einfach random einfach random du bist irgendwo hin und kommst random irgendwo anders hin so eine sache ja du willst willst du deinen freunden im knast du bist am hafen jetzt war sehr lustig sogar auf einer einsamen insel hatte sie die idealen punkte gefunden um einen hafen zu bauen ich habe noch ein bisschen zeug ich guck mir das karte an paladin mike hat eine zeit bist ja ja die können wir dann beim nächsten mal machen ich habe sie gerade schon angenommen du musst sie dem erdboden gleich machen bevor sie zu einem weiteren angriff auf prachthof ansetzen na lass mal beenden hier bevor es los geht sofort einen moment ich habe einen neuen lippenstift freigeschaltet wo wir das nächste mal machen wir werden hier gleich gegründet ja bist du fertig ja mein charakter ist jetzt sehr grün ich sehe es na dann geht's ja gut nicht so ja nächstes mal machen wir dann die pflicht in der stadt spieler können jetzt dem spiel beitreten jane dann hast du plötzlich einen nackten typen mit einem eimer auf dem kopf der sagt lass mich den nächsten boss machen jetzt geht den oberhalb falsch gespielt ich meinte den typen der in eldenring durch die spielerschaft rennt und den schwersten boss immer wieder bei jedem grindet ich bin nicht ganz kurz zum ende gekommen aber ich habe es relativ weit hoch geschafft durch gehabt alte vier habe ich auch habe ich auch schon mal angefangen und ja auch nicht sehr weit gekommen aber den bestimmten punkt habe ich dann alte fliege durch ja also ich hab dir die sachen geschickt was ich dir gesagt hatte schaue ich mir mal an ja mach das na dann danke fürs mitspielen bis zum nächsten mal gute nacht gut 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 Vielen Dank.